Hamburg und Hattingen rufen Müggersdorf. Hallo und herzlich willkommen zur 116. Folge von trotzdem hier, dem Podcast über den 1. FC Köln. Heute haben wir für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, eine ganz besondere Folge vorbereitet, denn wir reden heute nicht nur über das Spiel gegen den FC Augsburg, dieses wahnsinnige Fußballfest für die ganzen Sinne, sondern wir haben auch im zweiten Segment einen zweiten Gast eingeladen, mit dem wir über das Fanprojekt und die Arbeit des Kölner Fanprojektes, des sozialpädagogischen Fanprojektes reden werden. Das wird ein sehr spannendes Gespräch, das kann ich schon mal verraten und da würden wir uns freuen, wenn ihr den Podcast ganz hört, also nicht nach der Spieltagsbesprechung ausmacht, sondern auch das Fanprojekt euch noch anhört. Ihr könnt auch, wenn ihr wollt, erst das Fanprojekt hören, dann den Spieltag, wie ihr wollt. Ich mache auf jeden Fall Kapitelmarken, damit könnt ihr hier souverän in der Folge hin und her navigieren. Aber gut, wir fangen erstmal an mit den tagesaktuellen Geschichten, mit dem Spiel gegen den FC Augsburg ohne Erster. Und da ist wahrscheinlich inzwischen blind und taub geworden von der Qualität dieses Spiels bei mir der Marco. Hoffentlich nicht stumm geworden. Nö, stumm nicht, das nicht, aber desillusioniert würde ich sagen. Wie oft hast du das Bedürfnis, dir die Augen mit einem stumpfen Löffel auszukratzen? Ja, also während des Spiels fängt das ja schon an, wo du denkst, oi, 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 und währenddessen, und ja, also das ist alles nicht schön. Das ist alles irgendwie, es ist gefühlt wieder irgendwie einen Schritt zurückgemacht oder zwei Schritte zurückgemacht. Also ich hatte irgendwie zwischenzeitlich, als wir die Siege gegen Dortmund und gegen Leipzig auch ganz okay gespielt haben, einen Punkt geholt haben. Ich meine, das muss man auch schon als Erfolg verbuchen. Aktuell, glaube ich, habe ich gedacht, so, jo, Mensch, und jetzt kurze Phase, vielleicht mal durchschnaufen und dann gegen Augsburg einen Gegner, den du schlagen kannst. Und dann siehst du halt so ein Spiel, ja, das ist beängstigend. Absolut, absolut. Mal schauen, ob unser Gast auch alle scharfen Gegenstände aus seinem Haushalt entfernen musste. Bei uns ist der Dirk, den ihr auf Twitter als Eddomstädter222 finden könnt. Moin Dirk, schön, dass du da bist, grüß dich. Ja, hallo, danke, dass ich da bin. Hi. Möchtest du auch mal ein allererstes Gruselstatement abgeben, wo dieses Spiel auf der Gruselskala bei dir landen wird? Das ist echt schwierig. Also es war auf jeden Fall sehr, sehr gruselig. Aber ich glaube, durch unser Gespräch, was jetzt folgen wird, da würde ich das ein oder andere bei mir mehr rüberkommen. Also jetzt einfach so loslegen. Kann ich jetzt nicht. Das kommt so, ja, aus den Gesprächen raus. Ich habe auf jeden Fall eine Menge, Menge, Menge Wut in mir. Es ist auch ein bisschen Therapie hier, diese Podcast-Folgen für Marco und mich. Also fühl dich frei, uns hier in unserer Therapiesitzung beizustehen. Für den anonymen FC Köln-Fans, ja. Genau. Ich greife mal auf, was du gerade gesagt hast, Marco. Nämlich gefühlt einen Schritt zurück, weil das ist genau das, was ich mir hier auf meine Shownotizen geschrieben habe. Man hat ja gedacht, das Union-Berlin-Spiel wäre schon so der Tiefpunkt, so wie letztes Jahr ja auch. Und jetzt käme so langsam die Phase, wo es wieder höher gehen würde. Dann ist aber der 1. FC Köln halt leider auch irgendwie so ein, ein so fragiles Gebilde, dass anscheinend zehn Tage Pause und ein bisschen Weihnachtenfeiern schon reichen, dass da alles wieder in sich zusammenstößt. Oder tue ich da jetzt gerade den ganzen Unrecht und bin zu schwarzseerisch? Schwierig. Also ich finde, es ist jetzt nicht so, dass Augsburg uns über 90 Minuten dominiert hat. Also wenn das Spiel 0-0 ausgegangen wäre, hätte das glaube ich auch keinen überrascht. Aber was mich so ungemein abgenervt hat, ist diese Ideenlosigkeit und das Nicht-Vorhandensein von Torschaußen. Weil wenn du nur Spiele unentschieden gewinnen willst, kannst du das gerne tun. Oder nur unentschieden spielen willst jedes Mal oder nur 0-0 spielen willst. Dafür sind wir aber defensiv nicht gut genug. Das haben wir dann, hat uns Augsburg einmal mehr gezeigt. Und dann musst du aber einfach, auch wenn du so Spiele mal gewinnen willst, auch Torschaußen kreieren. Und alles, was wir an Torschaußen gehabt haben, war nach Standardsituationen. Und das jetzt auch nicht so brandgefährlich. Also ich weiß jetzt nicht, was für einen Expected Goals-Wert wir hatten. Der kann nicht weit über 1,2 gelegen haben. Schaue ich gleich mal nach. Aber erstmal kannst du, Dirk, ja mal sagen, wie du das Ganze einschätzt. Also ich finde, man hat alleine schon wieder vor dem Spiel an der Aufstellung halt gesehen, dass das widerlegt wird. Das regt mich halt jedes Mal beim G-Stoll auf. Gegen so einen Gegner, finde ich, spielt man nicht mit einer Fünferkette, sondern da spielt man mit einer Viererkette. Und alleine schon, dass ich wieder Ziehschoss gelesen habe und Katterbach auf der linken Seite, der da eigentlich nicht in der Fünferkette gehört, da war ich einfach schon wieder sowas von dermaßen bedient. Und vor allem der Ziehschoss, so ein Drittligaspieler, was mich halt mega aufregt. Ja, für mich war es eigentlich schon wieder mit Ansage. Aber gegen Augsburg sind immer Superspiele. Also das wissen wir ja eigentlich alle. Absolut. Augsburg ist einer mit der Lieblingsgegner. Die knallen wir immer sowas von dermaßen weg. Und ja. Ja, ich habe inzwischen die Expected Goals mal nachgeguckt und es ist viel, viel schlimmer, als du dachtest, Marco. 0,6. Nee, Augsburg hat eine 1,24 bei Augsburg. Da musst du vielleicht auch ein bisschen einpreisen, diese Abseits-Tore waren ja wirklich hauchzartes Abseits. Vielleicht ohne Video-Assistent-Referee kriegst du das Tor sogar gegeben gegen dich. Unser Expected Goal-Wert liegt bei 0,45. Also noch schlechter, als wir das... Bezeichnet. Ja. 0,45 mehr, als ich gedacht habe. Ja. Das ist ja halt der Wolfschuss und der Kopfball von Bornau. Also dieser gehaltene. Ich glaube hier der Schuss von Wolf, der am Tor vorbeigeht, ist gar nicht relevant für Expected Goals, weil der nicht aufs Tor geht. Aber das ist natürlich die größte Chance des Spiels, gefühlt. Die fehlt also hier in dieser Zahl so ein bisschen. Ja, aber jetzt, pass auf, jetzt wirklich ernsthaft. Dass allein diese Chance von Wolf die größte Chance in 90 Minuten gegen scheiß Augsburg ist, ne? Das ist... Ja. Und vor allen Dingen auch beide genannten Chancen wieder nach Ecken, ne? Also aus dem Spiel raus war ja nichts. War ja wieder so eine Standard-Stärke, auf die man da hoffen muss. Aber ja, ich bin eigentlich gar kein Gegner dieses Doppel-Neun-Systems. Es kann wirklich gut funktionieren. Das hat auch teilweise gut funktioniert gegen stärkere Gegner. Es ist halt leider kein Modell gegen so Hecken-Penner-Mannschaften wie Union oder Augsburg, die ja auch nichts tun für den Spielaufbau. Da bin ich auch ganz bei Dirk, da ist eine Dreierkette, also Fünferkette respektive, vielleicht auch das falsche Signal. Die Frage ist nur, was realistisch gesehen, was kann er denn vorne anders machen, der Gestul? Also hinten, okay, haben wir eine Option, klar. Ja, aber Modest hat doch gezeigt im Pokal, dass der auch keine echte Option ist, um da vorne für Angst und Schrecken zu sorgen, oder? Also ich sag mal so, im Pokal hat Modest jetzt sicherlich nicht sein allerbestes Spiel gemacht. Aber in letzter Instanz hat er das einzige Tor des Spiels gemacht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, du hast das ganz oft gesehen, dann hatte irgendwie, das war dann meistens irgendwie so in der zweiten Halbzeit, ich glaube auch nachdem wir das 1-0 gekriegt haben. Dann hattest du mal über rechts mit Limnius und Wolf den Ball, dann ich sag mal so Höhe des 16ers. Und bevor Modest reingekommen ist oder auch davor, was hätte der Wolf denn machen sollen? Hochflanken? Auf wen? Auf Duda und Kopfballungeheuer Thielmann? Das ist das Problem. Also das Spielsystem ist dafür zu eindimensional. Du kannst dann nur mit schnellen Pässen in den Strafraum agieren und dafür reicht dann auch einfach die Qualität unserer Pässe nicht aus. Ich kann mich daran erinnern, dass man irgendwann in der ersten Halbzeit hat Duda mal so einen Pass versucht auf Thielmann. Der ist dann aber einfach 1,50 Meter zu weit und dann kommt dann halt der Ginkiewicz, der jetzt auch nicht der allerschlechteste Keeper der Bundesliga ist, raus und fängt sich den locker oder rutscht und greift sich locker ab den Ball. Also das ist einfach ideenlos nach vorne gespielt und dann bist du irgendwann am 16er und dann merkst du, dass auch keiner Verantwortung übernimmt. Ja, aber darf ich kurz was dazu sagen? Ja, klar. Da muss ich den Duda aber echt in Schutz nehmen, weil da hat man wieder gesehen, der Thielmann hat viel zu spät reagiert. Der Duda hat mal eine Idee und dann sind die Kameraden von ihm da, die überhaupt nicht mitschalten. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich finde den super, dass wir den jetzt haben. Also ich finde, das war eigentlich ein guter Transfer. Aber wenn die anderen Spieler nicht mitdenken können, dann bringt dir auch jemand nichts, der mal einen Zuckerpass oder sowas spielen kann. Also ich bin voll bei dir. Also es ging jetzt nicht unbedingt, dass das ein scheiß Pass von Duda ist. Also faktisch ist es einfach so, dass Thielmann eventuell zu spät startet oder der Pass vielleicht auch einen Taken zu steil ist. Aber in Summe ist es halt einfach so, der Stürmer kommt nicht an den Ball und die Chance verpufft. Und wie gesagt, es ist gar nicht so, dass ich da Audrey Duda, den schwarzen Peter zuschieben möchte. Nein, so habe ich das auch nicht verstanden. Aber das ist einfach bezeichnend, dass du da einfach ansonsten, wüsste ich jetzt in der Nachbetrachtung, keine Chance, die wir uns aus dem Spiel erarbeitet haben. Nö, das kann ja auch, wie gesagt, bei dieser Fünferkette so, bei einer Fünferkette finde ich, da arbeitet man doch eigentlich mit Flanken. Und wenn ich mit Flanken arbeiten möchte, so wie das, keine Ahnung, Frankfurt vor zwei Jahren gemacht hat, über Kostic oder Da Costa oder Sonstiges, dann muss da vorne auch einen Brecher drin stehen haben, der den annehmen kann. Oder dann vielleicht mal nach hinten oder wenigstens mal irgendwie ein bisschen isolieren den Ball, zurückspielen. Und dann ist der Duda da und probiert vielleicht mal sein Glück oder so. Aber die Aufstellung war ja überhaupt gar nicht dafür gemacht, im Endeffekt. Also der Sturm zumindest nicht. Und ich finde, auch der Katterbach ist halt kein Spieler, der in der Fünferkette spielen kann. Dafür ist er einfach zu langsam. Also ich finde, der kann eigentlich gut verteidigen, aber der hat halt überhaupt kein Spiel nach vorne. Ja, weil der noch fast die beste Offensivaktion hatte mit dieser Rom-Gedächtnis-Aktion, wo er nach innen sieht. Aber das war halt eine Aktion. Ja, das war eine, klar. Ich finde halt in der Fünferkette, wenn er das schon spielen will, ja, dann bring doch links den schnellen Mann. Ja, dann bring den Janis Horn. Ob die Leute den mögen oder nicht, aber von der Geschwindigkeit her ist das halt auch einer, der kann die Leute auch mal ein bisschen unter Druck setzen. Aber das kann halt so ein Katterbach nicht. Also ich mag den Katterbach und ich finde den echt super, aber dann in einer Viererkette und mit Jakobs davor. Und der war nun mal nicht da. Aber Janis bringt es ja auch nur, wenn du flanken willst. Und dann brauchst du wieder einen Stürmer in der Mitte. Was mich eher ärgert, ich glaube, das haben die auch im Rasenfunk gesagt, bin ich gerade nicht ganz sicher. Aber Augsburg selber spielt ja auch mit Dreierkette. Das heißt, die haben da hinten drei Leute, die für den Spielaufbau verantwortlich sind. Das waren hier Gövelöy oder wie der Mann heißt. Gövelöy. Gövelöy. Ist ja auch egal, wie der heißt. Grezzo und hier unser Nationalspieler Udo Kai. Die werden halt von zwei Kölnern, von Thiemann und du da unter Druck gesetzt. Ja, versuch mal mit zwei Leuten den Ball zu erobern, wenn drei dagegenstehen. Geht halt nicht. Also nicht, wenn du da irgendwie 20 Meter Raum dazwischen hast. Das geht vielleicht in einem kleinen Kreis, wenn du so Schweinchen in der Mitte spielst oder sowas. Aber dann musst du halt irgendeinen dritten da fürs Pressing abstellen. Halt ein Elvis oder so. Die den dritten zustellen sollen. Wenn du auf dieses System von wegen Ballbesitz, Umschalten, Kontern gehen willst, was ja Gisdol immer proklamiert, dann musst du da halt einfach die Spieler vom Gegner unter Druck setzen. Und das ist systemisch bedingt im Moment gar nicht möglich, das zu tun, wenn du nicht mal anfängst, deine Ausrichtung am Gegner auszurichten, sondern jetzt einfach stur gegen jeden Gegner mit dieser Dreierkette spielst. Das würde jetzt gegen Freiburg genauso sein. Die spielen auch mit Dreierkette hinten. Und wenn dann wieder Duda und Thielmann ganz verzweifelt versuchen, drei Leute zu pressen zu zweit, mit Deckungsschatten und so weiter, das würde nicht funktionieren. So, das heißt, entweder musst du dein Pressing ändern oder, wie ihr gerade auch schon gesagt habt, hinten mit Feierkette spielen. Und dadurch hat vorne den einen Stürmer mehr kriegen, sei es Modest oder wer auch immer, mit dem du dann da vorne Druck auf den dritten Mann der Dreierkette aufbauen kannst. Oder du musst halt irgendwie sagen, okay, wir schaffen das nicht mit dem Druck aufbauen. Und dann musst du halt komplett das Mittelfeld zumachen und von da kontern. Aber da fehlen dann wieder die schnellen Leute. Es ist tatsächlich gerade so die Katze, die selber in den Schwanz beißt. Und es kann halt irgendwie auch nicht sein, dass das System damit steht und fällt, ob Iso Jakobs jetzt gerade mal verletzt ist oder nicht. Das ist ein 20-jähriger Linksverteidiger, bei aller Liebe zu dem Jungen. Aber der kann nicht hier unser Kostic sein, über den alles... Nein, 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 nein. Aber er ist halt eigentlich auf der linken Seite ja, weil keins nicht da ist. Okay, ob keins dann überhaupt so gut wäre, weiß man auch nicht. Aber ich sage mal, er ist dann nun mal auf der linken Seite unser schnellster Mann. Also der, der eben auch mal ein bisschen Gas nach vorne machen kann. Ja, wobei ja auch der leider null Effizienz hat. Da kommt ja nicht viel mehr rum bei der Geschwindigkeit bei ihm leider im letzten Drittel. Da fehlt ja auch noch ganz viel dann. Du merkst ja, der ist kein ausgebildeter Stürmer. Das merkst du bei ihm mal an allen Ecken und Enden sozusagen. Aber haben wir ja auch schon ein paar Mal gesprochen. Aber auch mit Florian Kainz hätten wir das gleiche Problem. Du bist auf außen und dann? Ja, wobei Kainz kann zumindest mal nach innen ziehen und abschließen. Ja, aber pass auf. Aber jetzt wissen wir alle, wie das bei Florian Kainz in der Regel aussieht. Ja, aber zuletzt war er ja gut drauf. Die Verletzung mag ihn zurückgeschlossen haben. Aber in der Corona-Zeit hat er ja doch plötzlich angefangen, auch mal Tore zu schießen. Ja, war mit der beste Mann. Ja, genau. Ja, ich bin ja auch voll bei euch. Nur ich finde halt einfach, dass wir irgendwie gefühlt... Ich habe auch das Gefühl, Ismail Jakobs war verletzt. Wen setze ich denn auf die Position? Dass das aber Noah Katterbach nicht so spielen kann wie Ismail Jakobs? Sorry, aber das sehe selbst ich. Also das sieht ja jeder. Ja, und dann frage ich mich, da musst du vielleicht wirklich sagen, okay, dann spielen wir in der Viererkette. Oder ich kann halt Katterbach da nicht bringen. Weil Noah Katterbach halte ich für den stärksten Linksverteidiger bei uns, aber dann in der Viererkette. Mit einem Mann vor ihm. Weil du hast ja das auch gesehen. Also dann... Ich fand auch Noah Katterbach auch leider dieses Mal defensiv zu anfällig, weil er dann halt auch immer irgendwie vorne mit rumgeturnt ist. Dann nicht wieder schnell genug hinten war und dann häuften sich dann auch irgendwelche Abspielfehler. Dann später werden wir auf dieses Gegentor kommen. Da hat er auch seine Aktien mit drin. Und das ist einfach zu schlecht. Also ganz ehrlich, wie sich da Katterbach und Chichos von Daniel Caligiuri nass machen lassen, auf dem Bierdeckel, ist bezeichnend. Und ich habe dieses Spiel mit meinem Vater gesehen und als Caligiuri da in den Zweikampf mit beiden gegangen ist und den Ball an der Außenlinie so an Katterbach vorbeiliegt und Chichos einfach völlig lost rumläuft, also noch nicht mal auf seine Position zurückläuft, sondern einfach so nach hinten geht, ohne A an den Ball kommen zu können, ohne einen Gegenspieler zu haben, einfach nur des Zurücklaufenswollens. Und da habe ich gesagt, alles klar, jetzt scheppert das Ding. Und dann siehst du diese Flanke reinrutschen und du weißt, du weißt, was passiert. Dann steht Wolf, also dann stehen auch die Innenverteidiger, Bornau und Meret, nicht gut. Und dann kommt natürlich auch Marius Wolf deutlich zu spät, wobei das nicht die Position von ihm ist, sondern da muss der dritte Innenverteidiger stehen. Und dann fängst du dir halt so ein Scheiß-Gegentor gegen so eine absolute Kack-Mannschaft. Und Augsburg ist ohne Scheiß, ich persönlich kann nur froh sein, dass wir nicht so was irgendwie in der Halbzeitpause irgendwie bei Instagram streamen. Heiko Herrlich und Reuter, was sind das für Affen? Die passen aber gut zusammen. Was ist das für eine Affentruppe, dieses Augsburg? Das ist die allerletzte Kack-Truppe. Die holzen da ohne Ende und bei jeder Scheiß-Büro. Aua, 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 ey, der Schiedsrichter ist da so oft drauf reingefallen. Ich meine, wir haben auch so Leute im Kader, Dominik Drexler an erster Stelle genannt, der kann das auch ganz gut austeilen. Und wenn er dann mal getroffen wird, denkst du, der ist von einer Motorsäge getroffen worden. Aber so behinderte Kack-Truppe und jedes Mal, jedes... Marco, wir sagen nicht das böse B-Wort als Beleidigung. Bekloppte. Da muss ich jetzt einmal pädagogisch werden. So eine bekloppte Kack-Truppe. So eine Scheiß-Mannschaft. So eine Schmutztruppe. Mir fällt da nichts mehr zu ein. Einen Spieler davon hätte ich aber eigentlich gerne bei uns im Kader. Nein, nicht nur einen. Ich hätte davon wahrscheinlich mehrere. Den Richter würde ich sofort nehmen. Richter. Kaliguri würde ich sofort nehmen. Kaliguri würde ich nehmen. Ich würde auch den Ginkiewicz wahrscheinlich sofort nehmen als Teuter. Selbst den Niederlechner würde ich nehmen als Stürmer. Als Stürmer-Typ. Dazu muss ich nachher noch was sagen. Was der nachher... Habt ihr euch die Interviews nach dem Spiel noch angeguckt? Ja, oder können wir auch nicht mal reden. Auch die Pausen-Interviews. Oh, das Pausen-Interviews. Ganz großartig. Oh, ein Freund. Das ist mal ganz kurz, ganz kurz, um ein bisschen Struktur reinzubringen. Ja. Das ist nämlich genau das, was ich mir auch aufgeschrieben habe. Also, ist jetzt gerade mal scheißegal, ob Dreierkette, Viererkette, Pressing, schlag mich tot. Aber, was mich wieder ankotzt und schon seit ich diesem Podcast hier mache, ankotzt, wie leicht du unserer Mannschaft den Schneid abkaufen kannst. Scheißegal, in welchem System und scheißegal, wer da spielt und was da spielt. Aber, sobald die Mannschaft eben so spielt, wie Augsburg spielt, also diese schmutzige, abgezockte, abgewichste, erwachsenen Fußball gespielt wird. In der Sekunde gibt der 1. FC Köln auf und fängt an zu jammern. Interview nach dem Spiel. Marius Wolf, der größte Hackenpenner, den wir haben, sagt, die haben aber so unfair gespielt. Also, erstmal haben wir sogar mehr gefoult als die. Wir haben achtmal mehr gefoult als die tatsächlich. Also, acht Fouls mehr gemacht. 20 zu 12. Aber, das ist halt, das weißt du doch vorher. Alle Machtspieler auf dem Platz spielen doch nicht zum ersten Jahr Bundesliga da. Das sind doch alles Bundesliga erfahrene Spieler, bis auf Linios vielleicht. Aber alle anderen da haben in ihrem Leben schon mal gegen Augsburg gespielt. Vielleicht im anderen Verein als im FC. Aber die wissen doch, dass die eben so spielen, wie die spielen. Das ist doch kein Geheimnis. Und trotzdem lassen wir uns von denen und von Union Berlin oder auch von Frankfurt oder so immer den Schneid abkaufen. Wenn da so ein paar Arschlöcher kommen, die sagen, ja, hier, pfff, klingen wir auf dem Ball und du spielst hier ein bisschen Zeit, sobald wir 1-0 führen. Da haben wir nichts gegen einzuwenden. Also, auch nicht, auch einfach nicht so an der Körpersprache her. Oder, dass wir da mal so einen hätten, so eine, ne, das ist ja, sag über die Bayern, was du willst. Das ist halt auch kein sympathischer Verein, klar. Die liegen aber 2-0 hinten gegen Mainz. Und du siehst dem Kimmich einfach an der Körpersprache schon an, der will ja heute nicht verlieren. Du siehst dem einfach an, der will dieses Scheißspiel nicht verlieren, auch wenn es das erste Spiel nach langer Pause ist, also nach zehn Spieltagen Pause, und wenn der letztes Jahr, 2020, irgendwie 700 Spiele gemacht hat und fünf Jahre verletzt war, der will dieses fucking Spiel nicht gewinnen. Der geht nach vorne. Der schießt sogar, glaube ich, das entweder 1-2 oder 2-2, weiß ich gerade nicht. Du siehst einfach an der Körpersprache schon, dass der nicht verlieren will. Und einfach dieser Typ Spieler, egal welche Qualität der auf dem Platz hat, wir werden natürlich keinen Kimmich kriegen, aber es geht mir um die Körpersprache, um das Auftreten. Allein dieser Art von Spieler, der fehlt uns halt komplett. Wir haben da immer nur so diese leicht sich ins Box von jagenden Spielern, die hinterher im Interview rumheulen und sagen, Augsburg war gemeint zu uns, der hat mir die Schaufel weggenommen. Ja. Ja, das Schlimme daran ist eigentlich, dass der Wolf ja eigentlich derjenige ist, der austeilt. Wenn einer mal bei uns austeilt. Umso schlimmer fand ich sein Interview, dass er das gibt und nicht irgendwie, was weiß ich, Elvis oder so. Dass er das dann ist, der da rumholt. Wenn er selber hier das größte Kind von wenig Traurigkeit ist. Also das sagt ja auch einiges über das Innenleben der Mannschaft, wenn dein größter Heckenpenner der Beschwerdeführer wird hinterher. Ja, das ist manchmal schwer zu ertragen, mit welcher Leichtfertigkeit wir auch die Spiele hergeben, weil auch, wie gesagt, Augsburg war jetzt nicht um Längen besser. Aber ich muss gerade ehrlich sagen, wenn... Also das Spiel habe ich gesehen und wusste ganz klar, der hier, der das erste Tor schießt, der gewinnt das Ding in sowas von locker leicht. Und dann, ich habe auch nicht das Gefühl, also ich habe jetzt auch nicht das Riesenaufbäumen gesehen. Also es ist jetzt nicht so, dass wir das Spiel abgeschenkt haben, aber ich sage mal, bis darauf, dass Timo Horn in der Nachspielzeit da mit im Strafraum rumeiert bei einer Ecke, habe ich da jetzt nicht so das, dass wir schaffen das noch gesehen. Ja, der Wille fehlt halt super oft. Aber ich meine, das war jetzt nicht nur jetzt bei den Spielen, das sieht man ja ganz oft. Aber ich finde, das kommt aber dann eben auch von der Bank, das Zeichen. Also wenn ich dann versuche, da nur noch alles, was offensiv auf der Bank sitzt, da irgendwie reinzuwerfen und hat überhaupt gar keine Struktur mehr, das ganze Spiel, die Zeichen kommen ja schon von draußen. Also da kann man ja gar keinen Willen aufbauen, wirklich, finde ich. Ja, wobei ich finde ja sogar, den Willen zeigen wir sowieso überhaupt erst dann, wenn wir 1-0 hinten liegen. Ich würde gerne mal so einen Aufbäumen sehen, wenn es 0-0 steht. Einfach mal der Wille, jetzt ein Tor zu erzielen. Den sehe ich ja überhaupt, wenn dann nur, wenn wir 1-0 hinten liegen, was ja durchaus oft passiert, dass da noch mal so ein, zumindest so Aktionismus geschieht und so ein paar Aktionen, die so potenziell Gefahr versprechen könnten. Es gab am Ende auch noch mal einen Schuss dann irgendwie ans Außennetz in der Nachspielzeit. Also das sind so die Sachen, warum nicht mal irgendwie sagen, okay, die ersten 15 Minuten versuchen wir einfach jetzt mal hier aufs Tor zu gehen. Wir fangen uns ja eh eins hin. Das steht ja eh fast schon fest. Wir haben es gerade zweimal geschafft, zu 0 zu spielen. Mit ganz, ganz viel Glück gegen Leipzig und mit genauso viel Glück gegen Mainz, wo Mateta auch diese Riesenchance da verballert und Quaisson auch noch und so. Also da war auch viel Glück dabei. Vielleicht einfach mal sagen, hier Jungs, jetzt geht mal raus und spielt mal Fußball und guckt mal, dass ihr jetzt hier gegen diese Heckenpenner da aus Freiburg, wo es immer schwer werden wird, am Anfang schon mal eins zu einer Führung geht und dann müssen die ja immer machen. Gerade gegen Augsburg wäre das, glaube ich, möglich gewesen. Weil Augsburg weiß mit dem Ball ja auch nicht viel anzufangen. Die leben ja auch von der individuellen Qualität von so Leuten wie Richter oder Caligiuri oder Niederlechner. Ist ja auch nicht so, dass wir in den Weltfußball spielen würden und dass Heiko Herrlich ein heimlicher Mourinho oder Guardiola wäre oder sowas. Ist ja nur auch nicht der Fall. Also dieser Wille fehlt mir einfach. Am Anfang schon mal zu sagen, wir haben heute hier die Absicht, ein Tor zu spielen oder ein Tor zu erzielen. Aber ich habe es so gespielt, unser Matchplan ist immer erst mal 0-0 und gucken, was nach vorne geht. Aber gucken, was nach vorne geht. Und kannst du gegen so Gegner wie Dortmund und Leipzig natürlich, da kannst du vielleicht vortrefflich kontern. Aber so viel Platz wird dir so ein Gegner wie Augsburg einfach nicht geben. Also dafür muss ich auch nicht Rosse Mourinho oder sonst irgendein Trainer sein. Also dafür reicht mir einfach zweimal im Jahr so eine Truppe zu sehen, dass ich einfach weiß, die werden jetzt auch nicht Leipzig oder Dortmund-esk das Spiel bestimmen. Da werden wir keine Kontersituation in der ersten Halbzeit erleben. Und ich frage mich immer mit dieser Ausstellung, wie willst du da offensiv agieren? Also wo ist die Idee, dass man da Tore erzielen kann? Aber dann lass doch mal versuchen, konstruktiv zu sein. Was kann man denn jetzt konkret ändern, von der Aufstellung her, um im Spiel gegen Freiburg für Gefahrenmomente zu sorgen? Also ich bin der felsenfesten Überzeugung, du musst einen Modest da reinnehmen. Einfach, damit du auch eine Präsenz... Weil ich möchte der Jan Thielmann jetzt nicht immer nennen, weil ich finde, der Jan Thielmann ist jetzt nicht derjenige, an dem ich... Der Junge ist 18. Der ist 18, 1,78 Meter groß und 72 Kilo schwer. Dass der nicht wie Anthony Modesta im Strafraum agieren kann, sorry, das sollte jedem klar sein. Und ich finde aber einfach, dass wir es uns halt unheimlich schwer machen, indem wir gegen die Gegner, wo wir auch durchaus uns Chancen erarbeiten können, halt einfach dann... wie so der zahnlose Tiger da rumspielen. Also mit der Fünferkette hast du dann auf außen Platz und dann hast du auf einmal auf außen den Ball. Ja, und das Beste, was du machen kannst, ist eine Ecke ziehen. Ja, scheiße, das bringt nichts. Also wir sind zwar nach Ecken gefährlich, aber jetzt aber auch nicht so gefährlich, dass ich sage, jede Ecke von uns ist brandgefährlich. Also wir waren ja auch nach Ecken dann erfolgreich, wenn der Gegner wie Dortmund massiv pennt. Wobei die Chance von Bono war schon ziemlich cool. Also da muss man schon sagen. Ja, das ist richtig. Aber der Köpft, also die war gut, aber... Der Torwart war besser. Also die Wachstin hat geköpft. Genau, er köpfte natürlich auch genau auf Torwart. Also ich meine, es ist jetzt ja nicht so, dass Ginkiewicz da jetzt Batman gespielt hat und einmal quer durch den Sechzehner geflogen ist, sondern der steht halt einfach auch genau richtig. Ich meine... Guter Reflex. Da hält auch nicht jeder Torwart ein paar Schöpfe in der Karriere rein. Ich habe jetzt gerade gedacht, was sagt jetzt nichts irgendwie, um Timo Horn da noch einen mitzugeben. Nein, aber der steht da halt einfach genau richtig. Und das war jetzt nicht schlecht, aber nochmal, es kann ja nicht sein, dass du irgendwie auf außen den Ball hast und dann irgendwie der Außenspieler in der Fünferkette Richtung Eckfahne geht und versucht, den Gegenspieler anzuschießen, damit du die Ecke kriegst. Das ist mir zu wenig. Also dann weiß ich nicht. Also dann können wir nur noch versuchen, Ecken zu ziehen, um nach einer Ecke erfolgreich zu sein. Da fehlt mir einfach Kreativität, weil Augsburg hat die Ecken sehr, sehr gut verteidigt und wie gesagt, haben einen sehr guten Keeper da hinten drin, der auch letztes Jahr bei Union gezeigt hat, dass er wahrscheinlich einer der stärksten Bundesliga-Keeper ist. Ja, ich muss ja sagen, ihr kennt ja inzwischen meine Meinung zu Modest. Ich weiß ja nicht, ob ich ihn da vorne reinstellen würde. Ich würde ihn Togu nehmen. Also wirklich, dann nimm doch mal den jungen Kerl. Also die fünf oder zehn Minuten, die da drin waren und da kam ein hoher Ball nach vorne, ja, den holt der auch runter. So Modest, der verstolpert einen Ball oder der kommt nicht hinterher, der ist einfach zu langsam. Alles, was der für uns getan hat, echt, lebe hoch. Aber die Zeit ist vorbei. Die Zeit von Modest, finde ich, ist einfach vorbei. Ja, die Sache ist ja, die mit Modest spielst du de facto im Mittelfeld immer in Unterzahl. Modest ist nicht der Spieler, war er noch nie, der nach hinten viel mitarbeitet. Modest ist so ein Spieler, der wahrscheinlich 1990 50 Tore gemacht hätte, weil er einfach immer vorne steht und auf den Ball lauern kann oder in der Gerd Müller-Zeit dann mit Gerd Müller zusammen um die Wette geballert hätte oder so. Aber heute im modernen Fußball, wo alle elf oder alle zehn Feldspieler jeder verpflichtet sind, irgendwie 13 Kilometer abzuspulen oder so, da kannst du dir nicht erlauben, einen Sieben-Kilometer-Stürmer vorne drin zu haben, weil da muss jeder andere nämlich die fehlenden sieben Kilometer mitlaufen. Das geht bei unserem fragilen System nicht. Das kannst du machen, wenn eh alles gut läuft oder wenn du Dortmund bist und du weißt, dass du genug Qualität hast, auch mal ein Eins gegen Eins zu gewinnen. Aber gerade gegen Freiburg wird es ja darum gehen, dass du dauernd die alle unter Druck setzen musst. Die haben ja wirklich eine sehr gute Mannschaft, wie ich finde. Für deren finanzielle Mittel haben die richtig gute Spieler im Kader, auch gute Fußballer. Das heißt, du musst ja irgendwie ein System haben, wo du Christian Günther, Höfler, Santa Maria, Santa Maria und Jonathan Schmied unter Druck setzt. Da brauchst du einfach die entsprechenden Laufstarten-Spieler für. Und ich glaube nicht, dass du mit Modest da den richtigen Ansatz willst. Ich habe aber jetzt gleichzeitig, wo ich das sage, auch keine Alternative in petto. Ich kann jetzt auch nicht sagen, stell drei falsche Neuen auf, stell Sully noch in Sturm oder Limnius oder so, dann wird alles besser. Das kann ich jetzt auch nicht behaupten. Tolo, ja, also eher als Modest, muss ich im Moment ganz ehrlich sagen, trotz aller Verdienst, die Modest halt hat, klar. Aber ich weiß nicht, ob Tolo in der Lage ist, sich schon körperlich gegen Bundesliga-Spieler durchzusetzen, auch wenn der Typ halt zwei Meter groß ist und 90 Kilo wiegt oder so. Aber auf jeden Fall. Aber ich finde auch die Abwehr von Freiburg nicht das ganz Überzeugende. Also Kevin Schloth, Schotterbeck. Das spielt Quasimodo. Ja, der spielt ja nicht. Der spielt auch jetzt nicht, weil die Frau ist schwanger und die wird das Kind zur Welt. Nee, aber da spielt halt hier der Bruder Schlotterbeck. Also der Bruder, gegen den damals Skiri seine Messi-Nummer da gemacht hat. Gulde und Lienhardt. Das ist jetzt auch normaler Bundesliga-Schnitt. Das sind jetzt nicht hier so die abgewichsten, die abgewichsten, was weiß ich, André, so wie die alle heißen da, von Union. Wenn ich sehe, dass hier so ein Gulde, der ist 1,84. Da muss mit Tolo was gegen gehen, wenn du zwei Meter gegen 1,84 stellst. Das ist fast ein ganzer Kopf mehr. Kopf sind so 22 Zentimeter ungefähr. Also, da könnte was gehen, wenn du das entsprechend angehst. Aber, und da bin ich jetzt bei meinem nächsten Thema, solche Impulse kommen doch nicht von unserem Trainer Gott. Dass der mal die Aufstellung und auch die Einstellung der Spieler auf den Gegner ausrichten würde. Ja, da sind auch dieselben Pferde. Das ist halt... Und die müssen auch dasselbe machen. Du sagst dir jetzt nicht, normalerweise guckt sich doch jeder Trainer an, wer ist beim Gegner die Schwachstelle von den ganzen Spielern? Und dann setzt du den unter Druck, die Schwachstelle. Oder versuchst den Aufbau auf den Aufbau schwacheren Spieler zu lenken oder sowas. Aber das passiert bei uns doch alles nicht. Bei uns doch immer Ball erobern, easy schicken, vorne hilft der liebe Gott. Und das ist mir halt, wie ich jetzt schon ein paar Mal gesagt habe, zu wenig. Da muss jetzt mal irgendwie ein Kniff kommen, der mir zeigt, dass auch so eine Art Vorspiel-Scouting stattfindet und dass dann irgendwie aus diesen Erkenntnissen auch eine Handlung gewonnen wird. Ich sag euch jetzt schon, wie wir spielen werden. Das hat mit der Dreierkette nicht funktioniert. Jetzt stellt er wieder auf Viererkette rum. Freiburg spielt mit drei Stürmern. Ja, Halleluja. Und vorne müssen dann wieder zwei Pappen, also die drei von Freiburg unter Druck setzen. Eigentlich musst du gegen Freiburg, weil die so ein unorthodoxes System spielen mit 3-4-3, musst du selber das System spiegeln. Spiel auch 3-4-3 und dann kannst du so deine Mann-Duelle vielleicht gewinnen. Das kann er ja auch machen. Aber dann soll er in der Abwehr auch die richtigen Leute aufstellen. Und so ein Ziehschuss, das ist für mich euer Marco Höger. Wirklich. Das macht Höger nicht mehr spielen. Wenn ich den sehe, also ich hab den auch schon mal privat schon mal gesehen, das Auftreten, ich krieg bei dem einfach immer Brechreiz. Also ich hab den mal in der Sauna getroffen bei uns in Euskirchen. In der Orden zu treffen. Und allein das Auftreten da und das Auftreten auf dem Platz, da ist kein Unterschied. Der ist einfach für mich eine Pfeife. Und ich hab mir mal was rausgeschrieben. In der 71. Minute war wieder so ein richtig geiles Beispiel. Ziehschuss springt hoch, um einen hohen Ball runterzunehmen im Kopf, hüpft daneben, der Gegner nimmt sich den Ball, Bruno muss klären, kriegt gelb. Ja. Normalerweise, der Bruno hätte gar nicht in die Situation kommen dürfen, eigentlich. Jeder normale Mensch kann doch einen Ball mit dem Kopf irgendwie wenigstens weghauen oder so. Aber der kann einfach nichts. Die beiden Absatztore wären auch auf seine Cup gegangen, wenn sie denn gezählt hätten. Das wären dann auch wieder zwei Spiele entscheidende Fehler gewesen. Ich muss halt auch sagen, ich hab jetzt privat keine Kontakte zu ihm und hab ihn noch nackt gesehen und so, aber mit welcher Begründung spielt er nach seiner Verletzung sofort wieder Stammelf und nicht Czescic, der das vorhin gut gemacht hat. Ja. Aber ich würde die drei da in der Mitte auch anders aufstellen. Ich würde den Bruno nicht in die Mitte nehmen. Eigentlich schon. Ich würde immer Meree mitzunehmen. Meree, wollte ich auch sagen, genau. Meree ist der typische Aufbauspieler in der Dreierkette. Normalerweise. Ich finde, der hat auch die letzten zwei Spiele gute Spiele gemacht. Also dem Jungen kann man ja gar keinen Vorwurf machen. Nee, das müssen wir auch mal lobend erwähnen. Wir haben uns ja ganz viel geschimpft, aber ich finde, Meree war der einzige Lichtblick an diesem Tag da gegen Augsburg. Finde ich gut, dass sie endlich mal wieder Form hat. Gefühlt sehen wir gerade den besten Meree, seit er hier in Köln überhaupt ist. Hat, glaube ich, auch damit zu tun, dass er sein individuelles Fitnessprogramm ein bisschen umgestellt hat und jetzt auch ein bisschen auszündeter aussieht. Finde ich auch. Also Meree ist für mich inzwischen echt gesetzt da hinten und dann kommen für mich Bornau und Cestic in der Reihenfolge und dann kommt vielleicht irgendwann mal ein Raphael Cichos. Aber du kannst halt, du musst dir halt fragen, wie dann kannst du noch erlauben, einen Spieler durchzuschleppen, der dir pro Spiel mindestens ein Tor verschuldet oder dein Gegner, dein Mitspieler dazu zwingt, sich eine gelbe Karte zu holen oder einen Elfmeter verschuldet. Also egal, wie sehr der vielleicht als Führungsspieler wichtig sein mag, wenn ein Führungsspieler, der als Typ anerkannt sein mag, keine Leistung bringt, ist es auch kein Führungsspieler. Dann ist es halt nur ein Kabinenspieler, so a la Thomas Kessler oder Lasse Sobig oder so. Aber dann hat der auch einen Platz nicht zu suchen. Oder auch Marco Höger, der mag auch in der Kabine vielleicht die gute Ansprache sprechen, das weiß ich nicht. Aber der hat ja auch zu Recht auf dem Platz keine Einsatzzeiten mehr. Und ich denke, diese Einsicht muss langsam auch bei Markus Gistl reifen, dass man vielleicht nicht auf einen Zweitligaspieler bauen sollte, der bis jetzt noch nicht über drei, vier, fünf Spieler am Stück nachgewiesen hat, dass er Bundesliga-Format hat. Aber man hätte, also für das, was der C-Shots jetzt geleitet hat am Wochenende, hätte man auch den Marco Höger auf dieselbe Stelle stellen können. Er hätte dieselben Fehler gemacht. Ja, das stimmt. Ja. Hätte mir noch unbedenker ausgesehen dabei. Ja, ja. Ja, aber das ist, ich bin voll bei euch. Ich habe den Move auch nicht verstanden, wieso man Zestic da rausnimmt und C-Shots bringt. Ich bin da voll bei Dirk. Das ist auch ein Move, den ich nicht verstehen kann. Also die einzige Erklärung wäre für mich halt Linksfuß, ne? Weil alle anderen sonst Rechtsfüßler wären. Ja, aber... Rechtsfüßler macht man ja auch nicht. Das ist die einzige Erklärung. Ja. Also wie gesagt, ich glaube, das lag daran, weil er das letzte Spiel, wo er gespielt hat, hat er eben so seine drei, vier Böcke drin gehabt und der Gisdol ist dann halt direkt so nachtragend und hat gesagt, nee, komm, dem Jungen, dem müssen wir noch Zeit geben. Anders kann ich mir das nicht vorstellen. Weil in dem Spiel hatte der auch so zwei, drei Aussetzer. Das stimmt. Aber C-Shots hat ja in jedem Spiel einen Aussetzer, seit er hier ist. Ja. Ja, wobei, wobei, ähm, C-Shots Spiel gegen Dortmund, das Spiel, wo er sich da verletzt hat, das war, war mal ein Spiel, wo er halt mal nicht gepatzt hat, glaube ich, ne? Aber das ist tendenziell, glaube ich, eher die Ausnahme als die Regel. Das ist ja auch wieder typisch, FC Köln gegen die Guten spielen wir ja alle immer zehn Prozent besser als gegen die Kattmannschaften. Ja, klar. Da hast du sicher keine Ausnahme. Und dann kannst du halt sagen, wenn jeder von den beiden einen Pazer macht und die beiden also entsprechend gleich gut sind, lasse ich zumindest den Jungen, den Jüngeren von beiden spielen. Naja. Darf ich doch was zum Mittelfeld, oder können wir mal zum Mittelfeld kommen? Ja, bitte. Weil ja, was ich da noch sagen will, was ich halt nicht verstehe, ist, wenn der Jonas Hector noch nicht die Kraft, jetzt sagen wir mal, für ganze 90 Minuten hat. Warum bringe ich den aber nicht am Anfang des Spiels, bis er nicht mehr kann und wechsle dann Elvis ein? Das ist auch wieder so eine Sache. Der Elvis ist viel zu langsam. Der bringt keinen Pass an den Mann. Das Einzige, was der kann, ist vielleicht mal ein Freistoß schießen. Und ich finde, der passt auch da überhaupt gar nicht in dieses System rein, was der Gisdol da spielen will. Ich weiß auch nicht, was der an dem Fernarren gefressen hat. ich fände einfach toll, wenn er den Hector und lassen doch 60 Minuten spielen, wenn er das nicht mehr kann, ja, dann setzt er halt einen anderen ein. Aber das war auch wieder so ein Move, den kann ich nicht verstehen. Das ist auch wieder unverständlich. Ich verstehe überhaupt nicht, warum Elvis spielt. Das ist für mich der gleiche Argumentationsstrang wie bei Zichos. Netter Typ, ich finde ihn sympathisch, aber was qualifiziert den zu spielen? Der macht halt auch von sieben Spielen mal ein gutes und die anderen sechs sind so vergessen. Da kann ich wirklich dann überlegen, ob ich da nicht irgendwie mal vielleicht einen Katterbach auch mal als Mittelfeld stelle oder so, weil der ja zumindest auf die Außenbahn ja auch nicht der allerschnellste Spieler ist. Oder mir irgendwas überlege, aber doch nicht immer einen Spieler spielen lasse, der auch im Sommer wahrscheinlich nicht mehr da sein wird. Also sprich, jetzt auch keine Hoffnung für die Zukunft ist. Können wir es ja gar nicht leisten, den für sieben Millionen zu verpflichten. Das wäre ja Wahnsinn. Das wäre ja so, als wenn du 15 Millionen für den Sturm hast. Aber dann lässt er ihn raus und bringt dann dafür eben den Drechsler oder so. Ja, ja. Von Anfang an. Das sind doch zwei Spieler. Ja, auch Drechsler ist kein Mittelfeldspieler einfach, habe ich auch schon ein paar Mal hier gesagt. Nein, du musst halt hoffen, dass du jetzt immer den Hector fit kriegst und dann kannst du wirklich hier Elvis irgendwie für die letzten 10 Minuten bringen als Duracell-Häschen oder so. Der ist ja immer ein Laufstark, wenn auch sonst nicht viel. Aber ja. Aber auch langsam. Ja, klar. Der kann laufen, wie er will. Aber wenn er dann zu langsam ist, dann bringt einem das ja auch nichts. Was mich an ihm immer ärgert, also ich weiß ja nicht, ob es Absicht ist oder nicht, aber ich kann mir halt nicht vorstellen, dass Absicht sein soll, dass der halt seine Position nicht hält. Der ist ja immer überall und selbst wenn das Absicht ist, ist es halt eine beschissene Absicht, weil da entstehen halt tausend Lücken. Wenn ihr euch fragt, warum Skiri auf seine 14 Kilometer pro Spiel kommt, dann halt, weil er die Lücken von Elvis zulaufen muss die ganze Zeit. Das kann keine Absicht sein. Aber damit, was soll das? Weil es bringt ja auch nichts. Also es ist ja nicht so, als wenn Elvis irgendwie so unorthodox spielen würde, dass die Gegner ihn dann irgendwie nicht in den Griff kriegen würden und deswegen da irgendwelche Ballgewinne passieren würden. Ist ja auch nicht der Fall. Der rennt ja nur des Rennens wegen, aber nicht, weil er irgendwelche Pläne dann da verfolgt. Also ich weiß nicht, was das soll. Das ist für mich taktisch total naiv. Und auch wenn er schon gute Spiele hatte und ja auch in guten Momenten schon so ein Antreiber im Mittelfeld sein kann mit seiner ganzen Körpersprache und seiner Art und so. Aber ja, du siehst ja auch, warum Wolfsburg dem keine Einsatzzeiten geben wollte und ihn weggeschickt hat. Ja. Ja, wie gesagt, ich würde den Hector so lange spielen lassen in der ersten Halbzeit, so lange wie es geht, wie er kann, wie er fit ist. Dann lieber versuchen, in der Zeit irgendwas da zu reißen. Der Hector hat halt auch mal einen leichten Drang nach vorne und der ist ja auch torgefährlich. Also was wir so als torgefährlich in Köln nennen können. Aber ich glaube, der kann ja auch mal ein Tor machen oder der macht auch mal einen Fernschuss oder sonstiges. Vielleicht kriegen die Leute dann ja auch mal Angst vom gegnerischen Team, wenn dann der FC vielleicht auch mal einen Fernschuss probiert. aber ich kann es halt nicht verstehen. Also ich hoffe ja, dass er echt wirklich bald wieder 100 Prozent hat, aber ich finde, der fehlt schon. Der ist zwar auch nicht mehr der Schnellste, aber ich finde, der ist halt von präzisem, der kann halt auch mal einen Pass spielen. Ja, es gibt ja auch die Statistik, Punkte mit Hector und Punkte ohne Hector, die wir geholt haben. Das ist ja irgendwie ein Unterschied von 1,0 Punkten mit Hector gegenüber ohne Hector oder irgendwie sowas. Das sagt ja alles. Das ist ja ganz bezeichnend. Und es sind ja so viele Spiele gewesen, dass man da auch verlässliche Daten hat und nicht irgendwie jetzt von zwei Spielen was hochrechnen müsste oder so. Also ja, der fehlt uns tatsächlich. Das ist ja schon dasselbe wie damals in der Abstiegssaison 2018. Auch da fehlte Hector ja ganz lange und das hat man auch in allen Ecken und Enden gemerkt. Und es kann eben auch ein Verbund aus Skiri und Elvis nicht auffangen. Da wäre für mich höchstens Ötchan jemand, der es auffangen kann. Aber auch der war leider gegen Augsburg in ganz schlechter Form. Hat ganz viele Fehlpässe gespielt, die er sonst so nicht spielt. Sich den Ball relativ naiv ablupfen lassen. Gerade auch in ganz gefährlichen Zonen und so. Das war nicht Salis beste Spiel leider. Aber er zeigt mal Willen eigentlich. Ja, auf jeden Fall. Also eine Sau ist er. Also eine Kampfsau ist er auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall auch verlängern mit ihm. Der wird ja hier nicht ein Gehalt verlangen wie Cristiano Ronaldo. Ist ein Junge aus dem eigenen Nachwuchs, ist ein Ehrenfelder. Guter Junge mit Herz im rechten Fleck. Hat fußballerische Qualitäten, ist ja auch wichtig. Den und mit vielleicht Janik Gerhardt im Mittelfeld finde ich schon eine gute Sache. Ja, das hat sich ja anscheinend schon geklärt heute. Weil er nicht kommen wird. Ja. Wir Sicherheit haben, wir Planungssicherheit haben. Ja, ja. Aber das bringt uns ja zu einem schönen neuen Segment. Die Transferfenster sind ja geöffnet und bleiben es noch bis zum 1.2., glaube ich. Und heute stand in der bösen Zeitung der Namen ich nicht nennen werde mit den vier Großbuchstaben, dass wir angeblich sechs Spieler bei passendem Angebot sofort ziehen lassen würden. Das sind namentlich, ich hoffe, ich kriege es ja alle zusammen, Höger und Clemens, klar, weil die spielen eh keine Rolle mehr im Kader. Isi und Dominik Drexler. Und die anderen beiden waren... Sörensen und Queroz. Ja, gut, Queroz. Queroz, den kriegst du ja im Leben nicht mehr los. Vielleicht haben wir Glück und seine Mutter für den Verein, dass die den zurückholen würde, vielleicht, oder sein Vater oder so. Aber der geht ja zu keinem seriösen Verein mehr. Für Sörensen angeblich würde es da ein Angebot vom FC Kopenhagen geben oder zumindest ein loses Interesse an dem Spieler. Ich glaube, der hat ja auch in Dänemark noch einen sehr guten Ruf. Sehr schön. Könnten ihn, glaube ich, gerne auch per sofort verpflichten. Weil wir haben ja gerade, als wir hinten über die Abwehrsorgung mit Zichos und so geredet haben, der ist ja im Namen Sörensen kein einziges Mal gefallen. Das sagt er schon. Was sehr schade ist, muss ich sagen. Also dem Freddy tut es mir echt leid, weil ich fand den einfach, der war ein cooler Typ. Aber halt auch sehr limitiert als Spieler. Ich muss ganz ehrlich sagen, ja, also mir tut es um Sörensen auch ein bisschen leid, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich finde, da haben wir mit Zestic aktuell einen Spieler aus dem eigenen Nachwuchs, der das gleichwertig, wenn nicht sogar, eventuell sogar schon eine Spur besser spielt. und wenn man dann überlegt, dass Sörensen einen Jahresgehalt bei uns von zwei Millionen Euro hat, ja, dann muss man alles daran setzen, den jetzt irgendwie loszuwerden, weil zwei Millionen für einen Spieler, der teilweise nicht mal mehr im Kader steht, im Spieltagskader, das ist zu viel. Das ist einfach für unsere Verhältnisse, für unsere Möglichkeiten einfach deutlich zu viel. Ja, ich bin auch ganz ehrlich, also wir haben ja zwei Spieler im Kader, die immer von sich behaupten, sie würden den 1. FC Köln lieben und hätten als Kind schon in Köln Bettwäsche geschlafen und wären Fan vom FC, nämlich Höger und Clemens. Ganz ehrlich, Marco Höger und Christian Clemens. Ich weiß, ihr hört das, diesen Podcast hier, das weiß ich, das ist ein Fakt. Ihr habt vermutlich auch das trotzdem hier Logo irgendwo bei euch um den Körper tätowiert. Kann uns der Dirk sagen, wenn er euch in der Sauna trifft, ich weiß es nicht. Genau. Also, wenn ihr diesen Verein liebt, lieber Marco, lieber Grille, dann löst ihr bitte per sofort eure Verträge auf. Ab jetzt. Und zwar kostenfrei. Wenn ihr den Verein wirklich liebt, ihr könnt dem mehr zurückgeben, wenn ihr für ein halbes Jahr auf euer Gehalt verzichtet und, sagen wir mal ehrlich, ihr beiden nagt nicht am Hungertuch. Ihr müsst jetzt nicht zum Amt gehen und stempeln, wenn ihr jetzt mal ein halbes Jahr keine Kohle kriegt. Ich weiß, ihr habt Kinder, ich weiß, ihr habt Familie, alles klar. Ich weiß aber auch, ihr habt euer Geld so angelegt, dass ihr von den Zinsen leben könnt. Also, bitte. Da könnt ihr von mir aus im Sommer irgendwo einen Vereinsposten kriegen, wo der Etat nicht belastet wird, in irgendeiner Jugendabteilung oder sonst was. Aber wenn ihr den Verein wirklich liebt, dann sitzt den Scheiß hier nicht aus, noch ein halbes Jahr lang. Löst den Verein auf, dann hätten wir den Vertrag auf. Nicht, den ich den Verein auflöse. Nur den Vertrag. Dann hätten wir den plötzlich. Verein auflösen, wird aber auch viele Probleme lösen, glaube ich. Wäre so ein Köln-Ding. Steht da nach Röger mit so einem Benzinkern, ist da so ein Feuerzeug im Geißburgheim. Der hat im Podcast gesagt, ich soll den Verein auflösen. Das mache ich jetzt. Habe ich jetzt gemacht. War das falsch? Nee, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn die es tun würden, hätten wir plötzlich drei Millionen, mit denen wir nicht geplant hätten. Oder so, grob geschätzt, für zweimal ein halbes Jahr von den beiden. Für keinen Gegenwert, also für keine erwartbare Leistung in den nächsten sechs Monaten oder wie lange das sind. Bei beiden ja nicht. Und wie gesagt, ich mag Clemens total gerne. Das ist einer meiner Lieblingsspieler sogar hier bei uns so als Typ. Der war arschlange verletzt und hat seine Karriere dadurch leider nicht zu vollen Blüten bringen können, weil er so oft verletzt war, der Clemens jetzt. Dann hätte der auch nicht mehr bei uns unterschrieben, wenn der immer verletzungsfrei geblieben wäre. Ja, weiß ich. Das tut mir total leid für ihn. Wenn der fit wäre, wäre der vielleicht bei Schalke durchgestartet und von da nach England gegangen oder so. Wer weiß. Aber hat er leider nicht geschafft. Sein Körper spielt nicht mit mit der ganzen Geschichte. Solche gibt es halt. Aber jetzt ganz ehrlich, der Verein ist so am Arsch. Wir haben nichts. Wir können uns nicht mal einen Ersatzspieler von, was weiß ich, Paderborn kaufen, weil wir so wenig Kohle haben. Ihr würdet denen was Gutes tun. lieber Martin. Aber die sind doch mit uns durch jetzt für ihr, ja. Ja, ja. Da muss man doch auch mal was zurückgeben. Ich würde es ja auch nicht tun, wenn ich die beiden will. Ich würde ja auch sagen, am Arsch. Ah, ich, ich, ich weiß mittlerweile sogar gar nicht, ähm, ich, ja, ich weiß es nicht. Vielleicht wäre es anders, wenn ich Millionär wäre. Bin ich ja nun nicht. Ich muss ja jeden Monat noch Einkommen generieren, um zu überleben. Die beiden ja nicht mehr. Also für ein halbes Jahr. Nein, nein, nein. Ich glaube aber auch, dass die jeweils noch irgendwo in der zweiten Liga unterkommen. 100 Prozent. Ah, im Leben nicht. Ach, im Leben nicht. Hülle kannst du zu Viktoria schicken oder so. Ah, weiß ich nicht. Wenn der wieder fit werden sollte, ich glaube, der für irgendeine, keine Ahnung, dann 1000 oder so würde es noch reichen. Ja, ich glaube, Marco Höger kriegt sogar eher noch einen Markt. Weil der jetzt auch fit war die ganze Zeit. Können wir den Höger nicht irgendwie nach Schalke vergurten? Ich kann mir echt vorstellen, wenn die absteigen, dass die den holen. So aus einer Basics-Tradition. Welcher Liga spielt gerade Alemannia? Kann er dahin gehen? Ist das Vierte? Vierte, Vierte. Ja, ja, Vierte. Kann er so einen, na, wie heißt er, der Österreicher, der für Hamburg und Bremen gespielt hat, der jetzt auch in der fünften Liga kickt. Harnik. Harnik, genau. Harnik-Move machen, genau. Ja, also. Also ich kann, also die ganzen Abgänge kann ich verstehen, bis auf eine Person, aber das habe ich gerade immer schon im Vorgespräch gesagt. Ja. Ich finde es um easy, finde ich es einfach traurig. Der Junge ist einfach noch jung, der ist noch wild und ich glaube schon, dass man den noch ein bisschen formen kann. Vielleicht ist Vicky es doch noch einfach der falsche Mann, um viele Dinge zu formen. Ich weiß es nicht. Das habe ich nämlich auch gerade gedacht. Wenn der einen Trainer hat, der ihm genau erklärt, du musst hier hinlaufen, wenn der Gegner das macht, musst du jenes tun, das ist deine Position, das ist Stellungsspiel, so klappt das. Könnte so ein Easy davon profitieren? Weiß ich nicht. Ich, ähm, ich habe, ich, wie sage ich das jetzt? Wie sage ich das jetzt so, dass das rechtsverbindlich nicht als Angriff auf seine Person gefunden werden kann? Also, ich persönlich glaube, ähm, dass Isibue das sogar teilweise gesagt bekommt, weil ich habe das Gefühl, bei Isibue gehen so die ersten zehn Minuten eines Spiels, hält er sich an diese Rolle und dann kommt so das kleine rote Männchen im Kopf und sagt, mach was Verrücktes, du Jungen! Mach was Verrücktes! So, weiß ich nicht, auch voll in sich, mach was Verrücktes, Jungen! Und dann geht der völlig frei. Achtet mal bitte darauf, 15 Minuten, dann geht das gut und dann kommen da Dinge, wo du denkst, was macht der da? Und ich kann mich daran erinnern, ich weiß nicht, welches Spiel es war, da hörst du Gistul während der Corona-Zeit rein an den Plan halten, an den Plan halten und er guckt dabei nur Richtung Easy und also, ich weiß nicht, was der Junge bei uns verdient, ich glaube nicht die Welt. Ich weiß es nicht, ich kann es nicht einschätzen, aber ich sehe einfach da nicht, dass der uns signifikant auf ein Level bringt, wo ich sagen müsste, wow, der hilft uns signifikant weiter. Marco, aber mal ehrlich, wenn es aber danach geht, dann müssten auf der List ja noch viel mehr stehen. also so ein Schmitz, also ich setze doch eher einen Schmitz auf die Liste als ein Easy. Also das kann mir keiner was anderes erzählen. Und der Schmitz ist immer, da wird überhaupt nicht drüber gesprochen, der ist anscheinend, keine Ahnung, auf Lebenszeit FC-Spieler oder so, ich weiß es nicht. Der hat auch schon in meinen FC-Bettwäsche bestimmt hier schlafen in München. Nein, also, ja, also, ich weiß nicht, also ich muss gerade sagen, ich bin auch kein Benno-Schmitz-Freund, ich hätte Benno, also wenn jetzt Benno Schmitz statt Easy auf der Liste stehen würden, würde jetzt für mich auch nicht die Welt zusammenbrechen. Ich glaube einfach, dass du für, für egal welchen Spieler du da hast, bis vielleicht auf Dominik Drexler auch einfach gar keine, gar keine Angebote bekommen wirst. Ja, Sörensen hat ja scheinbar, Drexler kann ich mir auch vorstellen, dass Kiel den zurückhaben will, vielleicht in so einem Leihgeschäft irgendwie oder so, der hat da eine sehr gute Visitenkarte, oder Markus Anfang, den nach Darmstadt holt, kann er gerne sich das noch mit haben. Genau, die werden ja auch nicht wenigstens verlieben. Der geht nach Hamburg und macht dann die Vorlagen für Zerbotte. Ja, genau. Ja, ich bin auch der Meinung, ich glaube, bei Easy musst du eher so einen psychologischen Bereich anfangen zu suchen. Also da musst du, glaube ich, gar nicht mit ich will was Verrücktes machen argumentieren. Ich glaube, der versucht sein echt Bestes, aber der ist, glaube ich, inzwischen in so einer Psychofalle gefangen, in seinem eigenen, seiner Angst, was Falsches zu machen, dass allein daraus so eine selbsterfüllende Prophezeiung wird und der deswegen was Falsches macht, weil er halt nichts Falsches machen will. Ja, aber haben wir nicht seit dieser Saison einen wie was Mentalcoach, Team, was auch immer? Ja, aber das ist richtig, aber wenn du als Trainer merkst, das reicht nicht vom Kopf her und das meine ich gar nicht böse, sondern einfach von der, wenn du Angst hast zu versagen, dann versagst du. Das ist, das ist das, was du sagst, Selbst-Fulfilling Prophecy. Wenn du, wenn du weißt, dass es schief geht, dann geht es auch schief. Ja, klar. Das ist so wie, ich darf jetzt bloß nicht den Namen falsch aussprechen und irgendwie, genau, was weiß ich, den Dirk Reik nennen oder sowas, dann sage ich auf jeden Fall Reik zu ihm. Genau. Als Beispiel. So, klar, aber daran kann man arbeiten. Das ist, glaube ich, leichter zu beheben, als wenn du zwei Holzfüße hast. Ja, ja, ja. Also, wie gesagt, bei Easy sehe ich, also, da bin ich auf Gesprächs bereit. Also, wie gesagt, bei den anderen fünf sehe ich das auch. Ich muss ganz ehrlich sagen, der Name Drexler hat mich schon ein bisschen überrascht. Einfach von dem Hintergrund, dass Dominik Drexler, glaube ich, fast alle Spiele für uns gemacht hat. Also, wenn er denn mal im Kader war. Und, ähm, wie gesagt, ich sehe einfach, wahrscheinlich haben die alle so ein astronomisches Gehalt bei uns, dass die nicht zu irgendeinem Zweitligist gehen werden, weil, warum sollten sie es tun? Also, erklärt mir bitte, warum sollte Dominik Drexler freiwillig nach Darmstadt gehen oder nach Aue oder sonst so? Halt nur dann, wenn wir das Gehalt zu 60 Prozent weiter bezahlen und die anderen nur die 40 oben drauf zahlen müssen. Ja. Wir sollten einfach mal mit Markus anfangen zu telefonieren. Vielleicht holt er den C-Shot auch. Ja, eben, also, der nimmt doch, der ist doch recht unwählerisch für sowas. Ja, für Darmstadt ist auch okay. Also Drexler in der zweiten Liga hat ja funktioniert. Der hat da ja irgendwie Vorlage um Vorlage gemacht, hat am Ende, glaube ich, 24 Torbeteiligungen oder sowas. Ist ja super für Darmstadt. Toll. Nur, ich habe jetzt in der ersten Liga von dem noch keine Aktion diese Saison gesehen, bis auf das Tor gegen Hoffenheim, die funktioniert hätte. Das ist ja immer, der schafft es ja nicht mal irgendwie so mit so einem Trick mal am Gegner vorbeizukommen, weil er einen Pass um den rumspielen will. Das klappt ja alles nicht. Das ist ja... Der ist auch zu langsam. Für das System, was der Gießdoll anscheinend spielen will, ist der einfach auch viel zu langsam. Und das ist halt auch der Unterschied zwischen Easy und den anderen Fünfter auf der Liste. Also jetzt mal Kairoch außen vor. Also Easy und den anderen Vier auf der Liste. Bei Easy sehe ich halt zumindest Potenzial und gar nicht mal wenig Potenzial. Die anderen sind ja alle schon am Ende der Fahnenstange angelangt und da passiert ja nach oben hin nichts mehr. Der hat ja auch schon mega Spiele gemacht. Also wenn ich überlege letzte Saison das Heimspiel gegen Dortmund da habe ich gedacht boah Junge wir haben den Rechtsverteidiger. Aber auch da hast du den entscheidenden Patzer gemacht dann. Aber bis dahin war auf jeden Fall tippig. Ja klar. Das ist das ja was ich meine. Also das geht über ganz lange Zeit im Spiel bei Easy gut. Und dann hast du so Momente wie weiß ich nicht zu spät im 16er Klatsch Elfmeter rote Karte wo du denkst so Junge also jetzt so langsam also das ist da ist er auch nicht der Einzige also Tchichos kann sich da nahtlos hinten anstellen mit blöden Fouls im 16er also das ist ja ich meine das ist Gott sei Dank am Anfang der Saison war das ja extrem und das hat sich ja ein bisschen normalisiert wieder aber da kannst du ja kannst du ja eine Münze werfen wer von denen patzt. ja ich denke halt auch wenn du 3er 5er kette spielst dann kannst du Easy da auf diese rechte Flügelposition stellen weil der hat a die Geschwindigkeit und b kann der halbrechte Innenverteidiger für ihn mit absichern und dann muss der selber auch weniger in den Strafraum dann kannst du immer sagen hier bis zur 16er Kante verteidigen und dann übernimmt halt der Cestic oder der Mereda von hinten glaube ich das geht dann würde vielleicht auch Wolf frei werden für die Thielmann Position weil ich glaube dass der als falsche 9 der Wolf nochmal ein bisschen mehr Gefahr reinbringt als ein Thielmann damit wäre ich auch bei meinem nächsten Segment nämlich der Frage nach den Verstärkungen die jetzt noch kommen könnten egal ob die 6 jetzt weggehen oder nicht Hotte Held hat ja gesagt hat keinen Amazon Einkaufswagen wo er auf den Knopf klickt und dann kommen die Spieler aber wir können ihm ja den Amazon Wunschzettel mal ein bisschen befüllen ihr müsst mir da jetzt keinen Namen sagen aber nach welcher Position sollte denn Horst Held vor allen Dingen bei Amazon suchen okay fühlst du da jetzt eine ehrliche Antwort alle 11 überall nein also ich glaube das mit dem Sturm wird einfach jetzt weil keine Tore passieren klar wird immer gesagt ja Sturm 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 ja was willst du denn noch alles an Offensive am besten holen wir noch 500 Mittelfeldspieler und holen uns auch noch drei Innenverteidiger ich weiß es nicht also ich finde vielleicht noch einen linken und einen rechten Backup Außenverteidiger mit ein bisschen Geschwindigkeit fände ich schon ziemlich cool ja also ich würde auch gucken dass wir vor allen Dingen jetzt einen Rechtsverteidiger holen und zwar einen der vor allen Dingen da hinten die Seite dicht kriegt da würde mir so ein Ümit Özert vollkommen reichen aber halt einen der den Wolf frei macht um offensiv spielen zu können weil ich glaube dann wird es noch deine Probleme offensiv so ein kleines bisschen in den Griff kriegen zumindest kaschieren vielleicht nicht jetzt die Musterlösung für 20 Tore pro Saison aber mit Wolf vorne hast du schon nochmal ein realistischeres Bedrohungsmoment als wenn da vorne halt ein Teammann oder ein ja Teammann hat spielt wisst ihr welcher Rechtsverteidiger gerade frei ist mit frei wärst du vertragslos oder was was machst du ablösefrei weiß dass Julian Korb und Fabian Johnson ablösefrei sind ne ein Spieler mit jüngerer Kölner Vergangenheit wen hat man denn als Rechtsverteidiger hier der Miso Bretschko ne der spielt Bretschko der spielt nicht mehr oder nein nein Konstantin Rausch aber der ist doch Linksverteidiger oder der ist links ja ja aber hat ja auch durchaus bei uns Rechtsverteidiger gespielt was hat denn der für einen Fuß links oder rechts die Flanke die Flanke damals war mal links ja links ja ich glaube da brauchst du schon Rechtsfuß auf der Position also Koka Rausch ist aktuell ohne Verein aber hat er also hat er ja auch also stand ja gerade eben auch schön irgendwo bei Twitter dass sie jetzt nach Vereinslosen Spielern gucken wollen ja wenn die keinen Verein haben das wird schon irgendeinen kleinen Hintergrund haben warum die nicht in irgendeinem Verein spielen vor allem Koka Rausch gut der ist überrascht was sagt ihr wie alt ist Koka Rausch habt ihr eine Vermutung ohne nachzuschauen 27 27 26 26 was ich hätte jetzt irgendwie 33 gesagt oder nein der war noch nicht der sah nur alt aus die weit ist in der Mitte der ist 30 ja 1990er Jahrgang ja also ich wenn wir uns noch nicht mal irgendeinen Bankspieler von München ausleihen können dann wird der Wunschzettel nicht so reich bestückt sein sollte sich nicht einer der besagten 5, 6, 7 wieviel Spieler es auch immer sind verkaufen lassen der Geistblock der manchmal so ganz kreative Personalideen hat der Geistblock hat vorgeschlagen dass man doch Jonas Hector zum Rechtsverteidiger umfunktionieren könne ja genau na klar und dann noch Torhüter vielleicht ja schlechter macht das auch nicht wahrscheinlich der hat das Lager doch schon gespielt Torhüter genau habe ich irgendwann mal gesehen ja stimmt ja direkt verletzt ja also sei mir nicht böse Jonas Hector da jetzt noch mal umzuschulen weiß ich nicht der hat so einen Philipp Lahm ja ja aber ja aber aber der Lahm kam ja der Lahm kam ja auch von hinten und ist dann irgendwann ins Mittelfeld gewechselt ja der kam genau wie Hector der kam genau wie Hector von links ging ins Mittelfeld und ging dann nach rechts also genau wie Hector dann quasi aber ich glaube du brauchst da einen Rechtsfuß auf der Position ich glaube nicht dass du da mit dem linken Fuß viel gewinnen kannst oder du bist halt so enorm torgefähig dass du von da hinten so einen Robbenmove machen kannst und nach innen ziehen kannst aber aber ich jetzt mal im Ernst aber ist also das kannst du also ich sage jetzt mal vorsichtig das kannst du wahrscheinlich in einem Kader wie dem FC Bayern München und einer Qualität von Philipp Lahm vielleicht hinkriegen aber das ist ja jetzt nicht so dass dass die Bayern damit jetzt irgendein Loch gestopft haben sondern die haben einfach geguckt boah cool das kann der auch noch spielen lass uns das mal ausprobieren und nicht oh scheiße uns fehlt ein Spieler da lass uns den mal dahin packen also das ist ja das ist ja in der Regel nicht in München nicht aus einer Not geboren sondern da wird auch was ausprobiert das funktioniert ja dann können wir das ja mal machen ja klar und vor allem hat die Alarm da auch nicht wirklich Rechtsverteidiger gespielt nein sondern so eine Art Mittelfeldspieler der auf rechts spielt also sehr einrückenden Rechtsverteidiger und das können wir uns gar nicht erlauben weil da haben wir gar nicht die Spieler die das absichern können ne also entweder denke ich wenn du da einen Spieler hinstellen willst der Positionsfremd da spielt dann musst du in der Viererkette da Chestditch hinstellen das wäre dann so ein Sörensen Höwedes Move ja also das ist das wäre glaube ich noch was ich am ehesten vorstellen kann wenn du keinen externen holen kannst Chestditch da hinzustellen weil der glaube ich auch die nötige Wendigkeit hätte und der ist ja auch nicht auch nicht so langsam für seine Größe tatsächlich plus dann würde er halt spielen das finde ich auch wichtig bei den jungen Leuten ist die auch zu einsetzen können kommen und mein Kumpel der P-Rod an dem ich hier die Spiele schaue der schlägt ja immer Jan Thielmann als Rechtsverteidiger vor der hatte auch eine richtig geile Szene in dem Spiel ja irgendwann in der irgendwann keine Ahnung in der ersten Halbzeit oder hat der vor einen Ball verloren und hat sich hinten wieder geholt ja ich weiß halt nicht ob Jan Thielmann ein Stellungsspiel kann also ob der ob sein Positionsspiel gut genug ist um als Ausverteidiger spielen zu können das sieht man ja eher selten also hinterherrennen und grätschen ist ja was anderes als richtig stehen von vornherein weiß ich nicht wenn er das kann würde ich sagen give it a go das ist dann quasi der umgekehrte Ismail Jakobs quasi der von Offensiven zum Defensiven oder ja aber ja aber wenn wenn wir das machen dann brauchen wir uns ja noch eine Offensivmöglichkeit nein der tauscht mit Voltipositionen einfach du hast beide auf dem Platz aber beide auf Positionen wo sie vielleicht ihre Stärken ein bisschen besser einbringen können also ich sehe Wolf tendenziell auf dem rechten offensiven Flügel das wäre ja so diese Thielmann falsche neuen Positionen naja aber Thielmann spielt ja eher wirklich Zentrum also Thielmann spielt ja nicht über den Flügel also Thielmann ist ja ich sag mal wechselt sich ja mit Duda ich sag mal im Zentrum ab also die spielen ja umeinander herum also da gibt es ja auch keine klare Einteilung also Thielmann ist in der Regel ein Stückchen vor Duda und also ich weiß nicht ob ich Wolf ins Zentrum weil du wirst im Zentrum jemanden brauchen vor Duda also wenn dann nur dieser falschen neuen Nebenduda oder Nebenduda also ich will Wolf jetzt nicht als Stoßstürmer postulieren ja aber nee aber ich sehe den auch also Marius Wolf sehe ich nicht als falschen Neun ich sehe ihn auch eher rechtsoffensiv weil ich sag mal die Flanken die der Wolf bringt und die Geschwindigkeit die geben dir halt einfach mehr du brauchst halt nur jemanden der vorne damit auch was anfangen kann weil das bringt dir nichts wenn du über außen kommst die Geschwindigkeit hast eine Flanke kommt und die segelt in den 16er und weiß ich nicht Augsburg Hoffenheim wer auch immer köpft das gefahrlos aus dem aus dem Bereich raus das bringt uns ja nicht weiter also wir müssen uns halt bewusst sein wir sind im Prinzip der Typ aus dem Film der Marsianer der Marschen der ist auf dem Mars gestrandet und hat keine Werkzeuge um nach Hause zu kommen und muss mit allem was er so hat irgendwie improvisieren das sind wir unser Heimbom ist halt der Klassenerhalt quasi und wir haben auch gerne Werkzeuge sprich keine gelernten und bundesligatauglichen Rechtsverteidiger oder Stürmer oder Außenspieler oder Mittelwertspiel und deswegen müssen wir halt irgendwie mit dem was wir haben irgendwie sowas basteln dass es halt zumindest für eine halbe Serie reicht im Sommer kriegst du Luft zum Atmen wenn Höger, Clemens wie alle heißen ihre Verträge auslaufen lassen Sörensen der geht ja auch weg du kriegst Kohle einfach durch das gesparte Gehalt das heißt du kannst zwei Transfers machen im Sommer vielleicht vielleicht auch mal nachdenken ob man nicht uns gierig zu Geld machen will oder so wenn Ötschan und eventuell dann doch noch Gerhard kommen würden in der ersten Liga oder bleiben würden in dem Fall das heißt du musst jetzt irgendwie ein halbes Jahr lang improvisieren und bevor wir jetzt anfangen den wirklich 30-jährigen Gucker Rausch an dem wir hier jahrelang verzweifelt sind wo immer gesagt dann brauchst du halt eine Flasche der halt eine Flanke in seinem wo wir den auch nur erwägen zu holen das ist richtig da hast du ja völlig recht also was ich auch noch so überlege ist ob man nicht da den Jugendtrend weiter fortsetzt richtig das wollte ich auch gerade sagen meine Jugend nachgucken und Marvin Obutz holt also Obutz Obutz ja genau also Obutz hat ja jetzt schon kommt ja aus der U19 hat ja jetzt in der U21 ja auch schon gespielt allein weil die U19 ja den Spielbetrieb ausgesetzt hat die Jugendbundesliga ähm und hat da auch ich glaube schon Dreierpack in einem Spiel gemacht und hat da zu gefallen gewusst also das Problem ist du kannst jetzt nicht also der ist 1,83 der ist jetzt auch kein Riese ne aber der hat immerhin in der Regionalliga West in neun Spielen vier Tore gemacht ja aber guck dir mal Bilder von dem an hast du das Gefühl dass der schon körperlich so weit wäre sich in der Bundesliga gegen Innenverteidiger durchzusetzen wenn wir gerade sagen Tolu ist noch nicht so weit was ist denn von Würz auch keiner gedacht aber Würz ist ja ein anderer Spielertyp ja ist ein anderer Spielertyp während du als Mittelstürmer dich ja schon durchballern musst was ist denn mit Tim Lemperle der ist ja schon noch ein Stück näher dran am Profikader würde ich sagen und ja auch körperlich ein bisschen andere Hausnummer ja also ich weiß ich will es jetzt gar nicht nur auf Oboz ab wenn Lemperle das machen kann gerne also wie gesagt mir ist das wie gesagt ich weiß nicht ich kann dafür die Qualität der der Jugendspieler nicht hundertprozentig einschätzen aber ich sag mal Thielmann kannte auch keiner von den Nicht-Insidern und deshalb kann ich mir durchaus vorstellen dass die das durchaus bringen können wobei Lemperle ja auch eher so rechtsaußen und Oboz ja auch eher linksaußen sind also alles kennen zentralen Stürmer nee das stimmt schon nee also sind jetzt nicht so die also Lemperle hat auch schon Mittelschirmer gespielt aber halt nicht mit der allerersten Güteklasse also ja also sollte man zumindest ausprobieren also ich wie gesagt es kostet auch nichts genau es kostet nichts finde ich auch genau und wir hoffen ja alle dass irgendwann auch Sebastian Anders auch mal wieder fit wird du hast ja den Stürmer im Kader wir müssen hoffen dass der fit wird wir müssen bis dahin unseren Raketenantrieb improvisieren bis wir dann irgendwie irgendwo auf dem Mars dann doch noch ein Reservoir mit Kerosin finden das darum geht es ja um in meinem Bild zu und ich kann mir halt vorstellen dass der Spielertyp Lemperle ganz gut sogar zum Spielertypen Andersson passt deswegen what could possibly go wrong versuch's selbst wenn ihr da vorne die Bälle alle verstolpert kannst du eine Halbzeit immer noch sagen komm Tim sorry du hast deine Zukunft noch vor dir ich wechsle jetzt doch noch den Modi ein ja warum nicht also wird aus Mut gemacht Erfolge werden aus Mut gemacht Mut hat unser Trainer hat er ja der haut ja ohne Ende den Jungspieler da rein ja das schon aber dann eben dann der traut sich halt nicht nur Jugend reinzuschmeißen du kannst ja Thielmann dafür dann draußen lassen dann ist ja die Waage die Balance wieder hergestellt du verlierst ja natürlich dann nichts wenn du Thielmann gegen jetzt Vereinsspieler gegen Lemperle tauscht und dann die beiden hinterher nacheinander gegenseitig auswechselst dann wird ja die Mannschaft nicht jünger durch ein bisschen unerfahrener klar weil Thielmann jetzt ja auch schon wie viele Spiele hat der wohl schon 20 oder so oder 30 ich hätte jetzt sogar fast mehr gesagt werden nicht wenige sein auf jeden Fall der hat ja gegen Leverkusen vor einem Jahr und zwei Monaten debütiert war da ein paar Mal auch ein bisschen draußen vor aber werden so 30 Spiele sein ungefähr 32 vielleicht also du verlierst ein bisschen Erfahrung klar aber die hatte Thielmann ja vorher auch nicht und ja wie gesagt zumindest verzeihst du halt einem Lernpaddel zehnmal mehr die Fehler als dem Drecksler ja ja klar ja das ist aber nichtsdestotrotz glaube ich dass wir noch einen einen offensiven Spieler zumindest für die Halbserie ausleihen müssen also ja Offensivspieler gehe ich mit Stürmer gehe ich nicht mit Stürmer glaube ich brauchst du nicht weil da kommen die Bälle erst gar nicht hin wie Thomas Reinstell so schön gesagt hat auf Twitter du brauchst halt irgendwie den Ball überhaupt mal zu anders und da nicht den zehnten Flügelspieler von dem wir ja auch schon wirklich sechs im Kader haben klar ich hab das jetzt schon zehnmal gesagt ich sag's gerne wieder wir brauchen nochmal den Spielertyp Mark Uth irgendeine Chance hast den Winter aus der Konkursmasse von Schalke zu holen die haben wir jetzt noch wir haben gerade den fünften ersten wo wir aufnehmen dieses Transferfenster schließt am zweiten im ersten zweiten das heißt Schalke kann bis dahin noch vier Spiele verlieren oder so weiß ich nicht und dann sind die vielleicht schon abgestiegen so gefühlt jedenfalls vielleicht sind sie dann ja bereit ihren ihren Verlust zu minimieren und deshalb dann doch irgendwie Uth erstmal zu verleihen und das Gehalt wieder weg zu haben oder irgendwie sowas ja weil das Gehalt kann der FC sich nicht leisten nee da müssen wir auch kreativ werden und irgendwie Vorgriffe machen oder irgendwas weiß ich nicht da muss man irgendein Modell finden oder wieder von mir aus die Uth Pixel verkaufen an die Fans ich mach das alles mit ich kauf mir zehn von diesen Scheiß Pixeln Hauptsache ich steig halt nicht ab und muss wieder nach Center um ja der also Uth Vertrag läuft bis zum 30.06.22 also noch ein weiteres Jahr das heißt wenn könntest du ihn wahrscheinlich maximal ausleihen und dann im Sommer verpflichten das wäre das wenn die absteigen wird der bestimmt aufgelöst sein der Vertrag er hat bestimmt keinen für die zweite Liga also kann mir das nicht vorstellen ich meine das hätte auch irgendeiner schon gesagt dass der keinen Zweitliga Vertrag hätte ja gut dann aber ich glaube ich meine nicht dass das die einzige Chance überhaupt für Schalke irgendwie Punkte oder Tore zu machen die werden bei weitem den nicht ausleihen genau das sehe erst schon abgestiegen sein also gefühlt jedenfalls aber aber jetzt mal im Ernst aber das wird Schalke wirklich nicht machen also ich glaube weil pass auf Schalke ist ja auch ein Verein der lebt von der Mentalität auch der Mentalität der Fans aber auch der Mentalität der Spieler und wenn du dann diesen Fans erklärst so wir hissen jetzt die weiße Fahne ich glaube dann haben die nämlich auch kein Stadion mehr weil dann stecken die denen das Stadion an ja ja stell dir pass auf stell dir das mal ich hab das mir gerade als FC überlegt stell dir mal vor wir würden jetzt ich sag jetzt mal auf Schalker Position sein die nächsten vier Spiele verlieren und dann würde Horst Heldt sagen wir verleihen jetzt Andre Duda und Ilius Kiri weil wir schenken jetzt ab ne das ist ja nicht die Begründung die Begründung ist ja wenn wir das nicht tun kriegen wir nichts ist ja nicht mehr Lizenz für die zweite Liga und müssen direkt in der vierten wieder neu anfangen glaubst du glaubst du allen Ernstes glaubt ihr wirklich allen Ernstes dass Schalke keine Lizenz kriegt im Leben nicht ich glaube die werden sich jetzt wieder Tönnies an den Hals werfen und werden nochmal aufrüsten die kriegen dann wieder auf mirakulöse weise zehn Millionen irgendwo und dann werden die aufrüsten mit den Corona Millionen die der Tönnies da in seinem Werk geschäffelt hat da gehe ich am realistischen von aus klar die haben ja Geld im Endeffekt dann verkaufen die Stadion an die Stadt aber an die Stadt gilt es in Kirchen oder an NRW oder so an Laschet persönlich das Armin Laschet Gedächtnis Stadion Eisenarm Eisenarm Stadion nein aber also der Vorteil von Schalke ist halt auch dass die halt noch ein ein EV sind und wenn die ihre Betriebsspielgesellschaft ausgliedern und dann werden die daran Anteile verkaufen und dann werden da Sponsoren zugreifen die irgendwie langfristige Partner sind oder ein Clemens Tönnies und dann werden die das Geld zumindest für eine Lizenzierung haben und ich glaube nicht dass du dann also ich glaube nicht dass die also ich kann mir nicht vorstellen wenn die Markrut abgeben fresse ich einen Besen mit Stiel aber einen großen Straßenbesen ich glaube es einfach nicht vielleicht haben wir doch Glück und die holen sich von den 10 Millionen von Tönnies 5 Stürmer und haben dann keine Verwendung mehr für Markrut ja aber ich glaube halt einfach dass die ich glaube dass die dann noch rauskommen ohne Scheiß es wird viel zu viel diskutiert und die Schalker werden da unten rauskommen ich glaube eher dass dann noch Werder von oben noch mit runterrutscht zu uns und das wird nachher ein Kampf mit Werder um Relegation oder nicht und die gewinnen halt das erste Spiel gegen uns die Schalker und legen dann so eine 10 Spiele wie wir letztes Jahr ich würde sagen die Frankfurter auch irgendwie sagt das jeder ja die Schalker gewinnen das das ist ja die große Angst die alle haben dass man selber der Verein wird der ist vermasselt der Trottelverein aber nochmal um auf den Spieler zurückzukommen also wenn sie wirklich was offensives irgendwas stürmermäßiges holen wollen ja dann nicht irgendein Brecher sondern dann muss das halt irgendein kleiner quirliger sein genau ganz genau also ja wird schwer ich hätte ehrlich gesagt nochmal gerne ich würde gern 10 Jahre in die Vergangenheit reisen und würde mir den Lukas Podolski nochmal holen und dann wäre ich eigentlich glücklich da vorne Leider DeLorean gerade kein Flux Kompensator leider nicht so eine Art Typ fehlt eigentlich oder du musst echt mal gucken aber echt mal gucken ob nicht bei Liverpool oder bei Man U auf der Bank also im Nachwuchsbereich irgendwer rumläuft hier der Avoniji oder Avonai von Union ist ja so ein Spieler der ausgeliehen wurde von Liverpool glaube ich so einen Spieler gibt es ja vielleicht auch noch irgendwo auf der Welt dass du wieder den Torsitz Buch machst ja aber das aber das Problem ist wenn du natürlich ein aus dem Nachwuchs selbst eines ich sag mal eines Premier Ligisten wie lange braucht dieser Spieler um anzukommen weiß ich nicht also Torsitz brauchte damals 0 Minuten ja aber Torsitz war ja der war ja wie alt 24 23 als der bei uns war also der war ja jetzt nicht 18 oder 19 also du brauchst schon einen Spieler der zumindest Bundesliga Qualität hat ja da hängt glaube ich viel vom körperlichen auch ab aber die Engländer also in der Premier League spielenden Spieler die spielen dann ja meistens schon auch da diesen vierten Liga Cup den die haben Community Shield oder irgendwas ich glaube dass die Körper die schon weiter sind als vielleicht vergleichsweise gleichaltrige deutsche Nachwuchsspieler kann man schon vorstellen da kannst du ein bisschen Wert drauf legen dass du darauf achtest du kriegst die ja meistens dann doch für so ein Deal wo der Engländer die Kohle bezahlt ist das Gehalt bezahlt und du nur eine sehr geringe Leihgebühr bezahlst dann würde ich sagen ja go for it kann ein Shit gehen ich glaube nicht dass unser Hotte da eine Nummer in seinem Telefonbuch hat das ist das Problem normalerweise kann man ja sagen vielleicht hat ja Frank Elig die in seinem Telefonbuch aber der ist weg eine schöne Überleitung wir haben einen neuen wie nennt sich dieser Position Leiter Leiter Lizenzspieler Lizenzspieler Leiter Administration Lizenzspieler ein junger Mann von 27 namens Lukas Berg habt ihr zu der Personalie irgendeine Meinung ich habe den Namen ehrlich gesagt vorher noch nie gehört deswegen ich kann ich kann da gar nichts zu sagen bin ich ehrlich ich habe ich habe ihn auch nicht gehört und habe mich dann habe dann mit die Titelbeschreibung habe ich auch zum ersten Mal gehört und habe dann gedacht naja gut also was macht denn dieser Kerl das ist derjenige der die Administration des Profikaders übernimmt denn ist nicht der der also der ist es der der den administrativen Teil übernimmt also der der hier der der Kollege Berg hat zum Beispiel das Konzept für die Corona Maßnahmen wohl bei uns mitentwickelt erarbeitet und überwacht und dementsprechend ist das viel administrative Aufwand das heißt der ist nicht derjenige der die Transfers mit Spielern vorbereitet sondern sich dann darum kümmert was steht wie in welchem Vertrag Wann kommt der am Flughafen an wer holt den ab wo muss der wann zu welchem Medizin Check und ich weiß nicht ob ich für so eine Position aktuell jemanden externes brauche das nicht aber das haben wir gerade schon ein bisschen angedeutet mit Edig geht ja auch sein Netzwerk verloren und ich glaube der war schon sehr gut vernetzt doch doch diese Red Bull Schule die hat schon einiges an Nachwuchstalenten auf dem Schirm ja aber pass auf ja Red Bull Nachwuchs aber sag mir doch mal bitte einen Spieler Benno Schmitz einen Spieler der faktisch aus der Red Bull Schule kommt und was bringt dann doch nicht Benno Schmitz aber es gibt keinen du meinst bei uns jetzt nein überhaupt es gibt keinen nein pass auf ich spreche nicht von Spielern die mit 18 nach Salzburg wechseln ein Jahr in der Jugend spielen und dann zu den Profis hochgezogen werden das kann ich auch das kann ich auch machen da gehe ich hier zum Tuss Hattingen hole mir Spiel Onkel Dagobert ziehe aus Bochum Essen Wattenscheid alle Jugendspieler zusammen die kicken können und irgendeiner wird davon zünden das ist aber wenn ich die fertigen ausgebildeten 17 Jährigen hole ist das keine Jugendarbeit Ja das ist das ist ein Zukauf und ich sag jetzt mal vorsichtig die Leipziger feiern sich ab hier auf Marcel wie heißt der nochmal Lukas Klostermann feiern die sich ab den haben wir entwickelt ein Arsch habt ihr der war ein fertiger Spieler der beim VfL Bochum seine ersten Profispiele gemacht hat und dann in Leipzig gedacht hat okay ja gut hier sehe ich mehr Potenzial als bei VfL Bochum da gehe ich mal als glaube ich gerade 17-Jähriger hin aber das sind ja fertig ausgebildete Jugendspieler ja 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 aber darum geht es mir gar nicht darum geht es mir gar nicht Marco geht nicht darum ob die aus der eigenen Schmiede kommen aber alle Spieler die Red Bull gerade hat hätte auch jeder andere Bundesligist finanziell also zumindest die besten zehn Bundesligist verpflichten können die waren nämlich unbekannt bevor sie ihren Durchbruch hatten bevor er nach Salzburg ging kannte doch ein Erling Haaland jetzt kein Mensch du glaubst euch heute Erling Haaland kannte bevor er bei Salzburg in der Champions League 1000 Tore gemacht hat oder Dani Olmon wie die alle heißen ich glaube nicht dass er den kannte bevor er nach Dortmund gekommen ja wahrscheinlich nicht weil er auch schon 20 Tore hatte ja aber ich sag mal so talent scouting weltweit nicht in deren eigenen Suppe da ist mir wurscht da gebe ich dir recht da ist aber wahrscheinlich auch einfach die das was Red Bull da als das sind ja getrennte Vereine das müssen wir ja trennen auch die Transferverhandlungen mit Soboslay oder wie auch immer der heißt das mögen wieder harte Verhandlungen gewesen sein da wurde um jeden Mikrocent gefeilscht und ein Wunder wie viele Spieler da immer hin und her wechseln wobei das doch so getrennte Konstrukte sind die kriegen die teilweise auch echt billiger also die müssen ja Wahnsinn Wahnsinn also entweder verhandeln die Leipziger so gut oder in Salzburg die sind einfach nur mega besoffen jedes Mal kriegen so ein paar Red Bull Dosen einverleibt nein aber also ich sag mal so das ist natürlich auch durchaus einfach wenn du sagen kannst pass auf du fängst hier in dem Konstrukt Red Bull an du gehst erstmal nach Salzburg kannst dich da in einer Liga akklimatisieren die jetzt nicht so dramatisch schlecht ist aber wo du halt Zeit bekommst wo du halt Zeit hast dich zu entwickeln und wenn du noch mehr Zeit brauchst gehst du halt in die zweite österreichische Liga zum FC wie heißt die Liefering ja Liefering der war doch hier Bo Svensson Trainer genau genau da gehst du erstmal dahin und wenn du dann da irgendwie 18 bist und was bringst dann gehst du hoch zu Red Bull Salzburg und wenn du es da bringst dann gehst du halt zu Red Bull Leipzig ja natürlich ist das ein einfacherer Weg weil du halt einfach einen Zwischenschritt machst aber ich sag jetzt mal vorsichtig die Leipziger werden scouten dann haben die ein übergeordnetes Scouting aber ich sag jetzt mal vorsichtig das ist ja auch mit finanziellem Status gepampert wo du sagst okay das kannst du halt auch vielleicht das können vielleicht maximal noch der BVB und die Bayern aber das wahrscheinlich sogar nur deutschlandweit und ich kann mir auch einfach vorstellen dass Red Bull dann weltweit vielleicht sogar das bessere Netzwerk hat aber das ist ja jetzt nichts was die sich jetzt erarbeitet haben das ist ja ein erkaufter Erfolg natürlich ist das ein Erfolg weil da Menschen arbeiten aber ich sag jetzt mal vorsichtig wenn du mehr Scouts durch die Welt schickst die auch jetzt nicht blind sind dann werden die wahrscheinlich mehr Talente finden und wie gesagt dass sich da die Red Bull Community so abfeiert sollen sie gerne tun wartet mal auf den Zeitpunkt wo Red Bull merkt ach Mensch so ein Premier League Verein wäre da auch was ganz tolles weil dann ist nämlich Red Bull Leipzig nämlich auch nur eine Durchgangsstation aber die MLB macht das doch schon immer im Grunde macht also ich hasse Leipzig über alles wirklich aber die machen es ja eigentlich richtig die haben eigentlich ihr Farmteam in Salzburg werden die quasi schon mal dazu gebracht und dann kommen die irgendwann nach Leipzig und dann haben die dann da ihren Start halt quasi also das ist auch gar nicht so verkehrt nur das Problem ist halt wenn man das jetzt mit amerikanischen Sportarten vergleicht dann ist das ein völlig anderes System weil die ganzen Profisportarten in Amerika sind es sind Closed Shops das sind Leigen die existieren in der Regel wenn nicht gerade irgendwie eine neue Franchise dazukommt also neuer Verein dazukommt die werden hier gegründet und da gibt es keinen Auf und Abstieg da gibt es keine andersweitigen Verbände und Ligen die denen das Wasser reichen können das heißt die haben ihre Unterorganisation wie weiß ich nicht bei der NHL ist es also bei dem Eishockey ist es die NHL ist die erste Liga dann gibt es die AHL dann gibt es die ACHL natürlich das sind alles eigenständige Ligen die aber im Verband unter den anderen angeordnet sind und da kannst du natürlich hoch und runter wechseln wenn es deinen Vertrag zulässt aber das lässt nun mal die UEFA eigentlich nicht zu ja doch bei Red Bull ja schon da lassen die alles zu sonst hätten wir Champions League gespielt das ist richtig ich meine mittlerweile ich reg mich zwar jedes Mal drüber auf aber dann denke ich mir so ja aber ich werde mich wahrscheinlich auch in 100 Jahren auch drüber aufregen weil es mich halt so übel ankotzt und ich falle dir auch oft genug auf irgendeine Scheiße rein und dann hast du diese Red Bull Trollarmee am Hals und versuch dann mal mit denen darüber zu quatschen warum du die denn Scheiße findest ihr seid jetzt ein bisschen weit von meinem Argument abgerückt ja eigentlich schon ich weiß gar nicht mehr was dein Argument war das ein dickeres Notizbuch oder Adressbuch hat als ein 27 jähriger Lukas Berg ist ja wurscht ob man Leipzig jetzt gut findet schlecht findet oder das Konstrukt so oder so oder UEFA und dies das Ananas geht mir ja nur darum dass du halt was verlierst durch Frank Elig ich finde auch das werden wir auch noch merken dass das so gekommen ist im Endeffekt sagst du jetzt mit dieser Personal der eigenen Sud zu kochen also die eigenen Talente hochzuziehen ist okay es ist ein total plausibler Ansatz man wird ja auch immer noch in der Region so Regionalscouts einsetzen wir haben ja auch viele aus Frankfurt und Offenbach und dem Rhein-Main-Kreis da geholt das ist ja auch alles vollkommen legitim ich glaube du setzt halt inzwischen überhaupt nicht mehr darauf dass du mal irgendwie noch einen Spieler aus dem Ausland erwischt und entwickeln kannst der schon so um die 24 ist oder so da musst dir Glück haben dass dir ein Limnios angeboten wird von dem Berater der wurde ja auch nicht gescoutet in dem Sinne ob der jetzt so der große Bundesliga Spieler wird weiß man auch nicht aber ich bin dabei Dirk du wirst irgendwann merken dass dir mit der Personalie Elik auch andere Dinge abhandengekommen sind das kann durchaus sein nur ich könnte mir vorstellen dass im Zuge der Corona Maßnahmen du vielleicht einfach für eine externe Besetzung dieser Position über hier wie hieß der aus Hannover Zuba den Buddy von Horst Held ob der jetzt ein ultimativ geiles also ob der jetzt sonderlich viel mehr bringt als der Kollege Berg keine Ahnung keine Ahnung kann ich der hat Kingsley Schindler verpflichtet sagst du eigentlich alles über ihn aus oder das Problem ist das ist ja auch kein Sportdirektor das heißt der hat den noch nicht mal verpflichtet der hat vielleicht den Vertrag ausgearbeitet wie gesagt ich glaube halt einfach dass die Position jetzt muss ich vorsichtig sein wie ich das richtig formuliere vielleicht die ist die wir am ehesten intern besetzen können das ist ja im Prinzip nichts anderes als ich sage jetzt ich ziehe das jetzt mal ins normale Berufsleben wie so ein Backoffice also wie so eine Teamassistenz wie ein Innendienstleiter ja es geht mir nicht um die Position es geht mir halt um das was an der Person sitzt ist aber egal also Time will tell wir werden es rausfinden gerade kam noch eine Nachricht über den Twitter Bot vom FC wisst ihr was der FC gerade verkündet hat Marvin Obutz wird zu den Profis hochgezogen und trainiert mit den Profis mit aber das ist doch nichts Neues mehr oder jetzt anscheinend dauerhaft permanent aber ich weiß dass man Marvin Obutz gerne schon während der Hinrunde eingesetzt hätte es dann aber nicht mehr ging weil du ja irgendwie so und so viele Tests und das irgendwie vorher auch angemeldet werden muss bei der DFL und man dann gesagt dann nehmen wir den für die Rückrunde also für die zweite Transfer Runde hier steht der muss noch einen negativen Corona Test vorweisen wir dürfen nicht schaffen also hoffe ich für ihn drücken die Daumen und dann hätten wir das was wir gerade besprochen haben können wir uns in realitas angucken ob er so weit ist oder nicht wie gesagt wir finden das alle gut dass die Jugend weiter forciert wird und ja kann halt nicht schief gehen du verlierst nichts dadurch ob es die U21 dadurch ein bisschen schlechter performen sollte oder nicht ja gut aber das heißt ja jetzt nicht dass der nicht mehr in der U21 spielen darf der wird ja weiterhin auch noch spielen man wird gucken wie trainiert der mit wie kommt der klar ist der eine Option für den Profikader wenn der eine Option ist dann wird er im Profikader stehen und wird an dem Spieltag gegebenenfalls nicht in der U21 spielen müssen oder dürfen und wenn halt dann spielt der U21 das ist ja auch okay also ich glaube für den ist es ich war ja auch glaube ich sowieso tendenziell erst nächstes Jahr für die U21 vorgesehen und den hat man da jetzt nur schon reingezogen weil die U19 halt einfach nicht mehr spielt also dieser so abgebrochen wurde und sein ehemaliger U19 Trainer ein gewisser Stefan Ruttenbeck sagt über ihn folgendes ich lese das Zitat von Ruttenbeck mal vor im vergangenen Sommer hat Marvin vor allem in Punkto Schnellkraft und Dynamik noch einmal einen riesigen Sprung nach vorne gemacht Marvin ist ein Spieler der sehr eigen ist er hat einen sehr guten ersten Kontakt trotzt vor Mut und sucht sehr gerne das Dribbling also klingt super ich bin sehr gespannt wir müssen jetzt aber auch so langsam gucken dass wir hier die Kiste mal rund machen denn Marco wir haben ja noch ein zweites Segment zu moderieren genau und die Folge soll jetzt auch nicht so lang werden wie eine Folge Herr der Ringe das heißt wir sollen an dieser Stelle jetzt ganz herzlich dem Dirk danken dass er da gewesen ist lieber Dirk vielen Dank für deine Zeit und deinen Input ja vielen Dank dass ich da sein durfte genau wenn ihr den Dirk gerne auf Twitter folgen möchtet macht das bitte unter at domstädter 222 den Marco und mich kennt ihr hoffentlich und wenn nicht sage ich am Ende der Folge nochmal wie ihr uns finden könnt wir werden jetzt den Dirk verabschieden und laden hier in unsere wunderbare kleine Quarantäne WG den Hendrik vom Fanprojekt ein also Dirk mach's gut und ich leite jetzt über in das zweite Segment Ja liebe Hörerinnen und Hörer das war unsere Besprechung des Spiels gegen den FC Augsburg mit dem Dirk aber ihr wisst ja wie das ist in Corona Zeiten man darf ja immer nur einen Haushalt zu Besuch haben Marco und ich wir zählen als Quarantäne Haushalt sozusagen als Quarantäne Gemeinschaft aber jetzt mussten wir uns für dieses zweite Segment einen neuen Gast einladen und den Dirk haben wir schon verabschiedet wir wollen nämlich jetzt im zweiten Segment nicht über tagesaktuelles reden das haben wir ja schon jetzt abgehakt sondern mal ein bisschen den Blick über den Tellerrand wagen und mal schauen was so rund um den ersten FC Köln noch so los ist und da stößt man ja als Fan der sich so ein bisschen mit dem Verein auseinandersetzt immer wieder über einen Namen wenn man sich in so Fankreisen ein bisschen engagiert nämlich auf das Fanprojekt und da ist heute Henrik vom besagten Fanprojekt bei uns und wird uns ein bisschen erzählen was das eigentlich ist was die so machen und welche Vorteile es hat dass dieses Fanprojekt existiert moin Henrik grüß dich schön dass du da bist ja moin zusammen freut mich dass ich da sein darf der Markus auch immer noch da du hast wie gesagt bist ja mein Quarantäne Buddy insofern sind wir eine Lebensgemeinschaft also wir haben mal durchgezählt und wir haben in diesem Jahr im Jahr 2020 miteinander 5000 Minuten geredet das ist tatsächlich mehr als mit jeder anderen Person in meinem Privatleben insofern sind wir auf jeden Fall und ganz sicher eine Quarantäne Gemeinschaft hervorragend aber noch keine Knuffelkontakte das so weit super noch nicht nein nein das wird auch eventuell nicht passieren Spoiler Mensch aber wir sind ja auch nicht hier über unser Privatleben zu reden sondern über das Fanprojekt und da haben wir uns gesagt wir fangen mal so an dass wir nicht voraussetzen können dass überhaupt jeder weiß was ein Fanprojekt ist deswegen Hendrik wenn wir dich jetzt bitten dass du uns mal ganz kurz erklärst was seid ihr eigentlich was macht ihr ja und wozu gibt es euch ja bin ich schon mal froh dass ich auch darüber reden darf und nicht über mein Privatleben hatte ich jetzt schon Sorge vor aber genau ich kann quasi über das Privat- und Intimleben des Fanprojekts ein bisschen plaudern ich glaube ganz wichtig zu sagen ist ganz am Anfang mal so für Zuhörerinnen die sich vielleicht auch noch gar nicht so damit auskennen oder immer wieder das Wort Fanprojekt hören ist in Köln ein bisschen kompliziert ist nicht nur in Köln so auch an anderen Fußballstandorten dass es quasi zwei mehr oder weniger namensgleiche Fanprojekte gibt also wir sind halt das Kölner Fanprojekt und das sozialpädagogische Fanprojekt also so werden wir auch häufig irgendwie benannt quasi als die Sozialpädagogen oder das Sotz-Ped Fanprojekt oder so und eben haben nichts quasi mit dem Vereins eigenen Fanprojekt zu tun was sich auch noch ganz in der Arbeit unterscheidet die sind halt quasi also das läuft über Mitglieder und dann gibt es Mitgliederleistungen etc. und genau wir sind das sozialpädagogische Fanprojekt und haben an sich mit dem Verein soweit nichts zu tun dass wir quasi nicht beim Verein angestellt sind dem Verein gegenüber keine Rechenschaft schuldig sind sondern tatsächlich in der freien Jugend Sozialarbeit arbeiten und das eigentlich so nach dem Kinder- und Jugendhilfsgesetz also naja offene Jugendsozialarbeit im Stadtteil im Viertel und das halt mit besonderem Bezug auf den Fußball und das ist eine Verpflichtung die quasi Bundesliga-Vereine oder Lizenzvereine bis irgendwie zur dritten Liga erfüllen müssen dass sie auch ein solches sozialpädagogisches Fanprojekt vorweisen obwohl sie es quasi selber nicht mitfinanzieren direkt das heißt ihr habt alle auch einen sozialpädagogischen Background ja genau also entweder sozialpädagogischen oder als Sozialarbeiter also wir sind nur Männer deswegen nicht Sozialarbeiterinnen aber aktuell ist das so genau das ist auch Voraussetzung wir sind auch alle hauptamtlich tätig also wir sind aktuell zu viert im Fanprojekt vier Hauptamtler und dann haben wir noch die gute Michaela die quasi noch als Nebentätigkeit bei uns schon und beim Fanprojekt auch seit Beginn an ziemlich viele Jahre da mit dabei ist aber wir als vier Hauptamtler haben alle auch einen sozialpädagogischen oder Sozialarbeiter Background und du sagst gerade schon es ist Hauptamt das heißt es ist also nicht irgendwie jetzt ein Ehrenamt was man nebenbei macht sondern es ist wirklich der richtige Job sozusagen und wie muss ich mir vorstellen wie da eure Tätigkeitsbereich aussieht ja also natürlich jetzt aktuell mal sehr eingeschränkt durch Corona aber ich versuche das mal so zu formulieren dass man sich das quasi vorstellen kann wenn es alles normal läuft auch mit Zuschauerinnen etc. sieht unser Alltag so aus dass wir halt verschiedene Tätigkeitsbereiche haben und das ist auch so das Wunderschöne eigentlich an der Fanprojektarbeit dass man da immer so seinen Tätigkeitsbereich auch zumindest in Köln irgendwie ein bisschen suchen kann und sich selber finden kann wo man dann gerne aktiv werden möchte wenn das jetzt nicht krass aufgeteilt ist wer welche Bereiche übernimmt aber also das reicht von sag ich mal Freizeit pädagogischen Maßnahmen wie irgendwie im Fußballtreff mit jungen Fans also das kann man auf jeden Fall das habe ich vorhin vergessen zu sagen also unsere Zielgruppe ist klar definiert von 14 bis 27 also wir arbeiten auch eventuell mal mit jüngeren Leuten zusammen auch mal mit älteren so naja in der Gesetzgebung ist es so dass halt Kinder- und Jugendhilfsgesetz das unsere definierte Zielgruppe ist und das natürlich auch die Geldgeber innen dann gerne sehen dass wir hauptsächlich und zu einem überwiegenden Teil mit der Zielgruppe arbeiten aber genau die Maßnahmen können ganz verschiedener Natur sein also wir machen definitiv eine Spieltagsbegleitung also wir sind bei allen Heim- und Auswärtsspielen anwesend ansprechbar und da in erster Linie auch irgendwie für jugendliche Fans zuständig insbesondere auch tatsächlich für die Ultrakopierung und für sag ich mal so die Fanszene teilweise vermittelnd das heißt zwischen Fans und anderen Institutionen Vereinen oder Sicherheitsbehörden aber auch einfach für Probleme als Ansprechpartner da also bei Heimspielen ist es so dass wir tatsächlich vor der Südruf einen Stand haben wo man hinkommen kann mit uns plaudern kann es gibt einen Kaffee umsonst und man kann über Probleme Wünsche alles mögliche sprechen oder auch einfach nur mal Hallo sagen und wir können mal irgendwie nachhorchen wie läuft es denn wo drückt vielleicht der Schuh das ist so die klassische Spieltagsbetreuung das ist beim Auswärtsspiel nicht anders wir reisen quasi irgendwie häufig mit der Fanszene zusammen an und können da auch unter anderem vermitteln oder ich sag immer das soll gar nicht so das Ganze abwerten aber wir können überall dann quasi unseren pädagogischen Senf dazu geben ich sag das quasi so weil ja mal wird man mehr gehört mal weniger aber sitzen so auch mit in Gremien drin also sei es irgendwie Vereinsgremien oder AGs und AKs also Arbeitskreise oder Arbeitsgemeinschaften zu irgendwie fankulturellen Themen etc und darüber hinaus dann aber auch in sowas wie Sicherheitsbesprechungen und so weiter und da ist es immer ganz nett wenn man quasi auch mal so ein bisschen naja für die Fans sprechen kann das weiß ich nicht dass man zum Beispiel pädagogisch eine ganz andere Vorstellung von Prävention hat als das vielleicht die Polizei so sieht und ja auch so ein bisschen die Interessen der Fans vertreten kann obwohl wir natürlich nicht direkt irgendwie ein Mandat jetzt haben von irgendwie Ultras die sagen so ja ihr sprecht für uns aber das ist schon eine Aufgabe da teilweise mit zu vermitteln das ist quasi so auch das was rund um den Verein und die Spieltage passiert aber darüber hinaus was ich auch ganz gerne mag sind natürlich auch so fußballkulturelle veranstaltungen wie irgendwie Filmabende oder auch Vorträge Lesungen Ausstellungen aber auch Gedenkstättenfahrten also meistens natürlich dann geknüpft irgendwie mit dem Fußballthema darüber findet man ja doch tatsächlich viele Anknüpfungspunkte oder auch mit Auswärtsspielen verknüpft etc und ja so ein weiterer Punkt ist quasi auch Angebote für so einen klaren U18-Bereich zu schaffen also irgendwie so Nikotin- und alkoholfreie Auswärtsfahrten für einen schmalen Kurs anzubieten eben nicht irgendwie wie das vielleicht das FC-Fame-Projekt macht doch irgendwie mit die Kosten tragen müssen sondern wir bekommen halt von unseren GeldgeberInnen auch Geld damit wir eben niedrigschwellige Angebote schaffen können die auch für Jugendliche zugänglich sind die sonst vielleicht nicht die Möglichkeit haben an sowas teilzunehmen Da sind jetzt wahrscheinlich bei vielen Hörerinnen und Hörern gerade die Alarmglocken angegangen was? Alkoholfreie Auswärtsfahrten Ich wusste doch ich wusste gerade etwas schwunzeln also ich meine Nein, nein es ist ja gut dass junge Leute da möglichst weit von entfernt gehalten werden klar was muss ich denn vorstellen welche Jungs und Mädels kommen denn dahin und wie viele sind das so? Jetzt bei Auswärtsfahrten wo genau gesagt wird Leute ja gelten aber gewisse Regeln die auf anderen Fahrten vielleicht nicht gelten würden oder wenn ihr es privat macht Ja also dazu muss man sagen dass wir jetzt ich bin selber noch nicht so lange beim Fanprojekt dabei also seit knapp über einem Jahr das war Ende 2019 bin ich quasi dazu gestoßen neu ins Team und dass ich bisher auch noch keine mitgemacht habe immer nur davon gehört habe also aber ist das kein Mysterium so das ist gängige Praxis bei Fanprojekten oder man gaukelt mir da was vor also es hat definitiv ja seinen Sinn und seine Berechtigung quasi auch da dann zu sagen okay darüber aufzuklären über Folgen etc es kann aber schon gut möglich sein dass da halt auch mal ein Bus voll gemacht wird so was ich schon mitgemacht habe ist eher so dass wir tatsächlich mit über einen Lernort also wir haben bei uns noch die FC Stadion Akademie angegliedert die quasi so einen außerschulischen Lernort darstellt und da sind wir dann mal mit einem Neuner oder mit zwei Neunern irgendwie zu Auswärtsspielen gefahren um dann auch Jugendliche der Gastvereine zu treffen das bietet sich natürlich auch an wo das irgendwie wo man keine Rivalitäten pflegt in Dortmund war das zum Beispiel der Fall und sich dann mit Jugendlichen vor Ort in Dortmund trifft und da noch ein, zwei Workshops macht sei es so irgendwie Themen wie Homophobie, Sexismus, Gewalt oder sei es halt auch einfach nur irgendwie ein Stadtrundgang in Dortmund damit Jugendliche aus verschiedenen Städten quasi so einen Städteaustausch haben und klar da gelten dann gewisse Regeln die natürlich aber meistens ja irgendwie so doch auch vom Gesetzgeber vorgegeben sind aber wo wir auch sensibilisieren möchten dass das vielleicht auch naja das anders möglich ist oder dass man gewisse Dinge mit Vorsicht zu genießen hat ohne das jetzt zu verbieten direkt Also ein bisschen wie eine Schulfahrt quasi da gelten ja auch gewisse Regeln auch wenn die Schüler über 18 sind dürfen sie ja trotzdem nicht zum Beispiel rauchen oder trinken auch wenn sie das normalerweise in der Freizeit dürften aber in diesem Rahmen dann eben nicht Ja genau das ist aber dann auch mehr so ein bisschen so der pädagogische Ansatz dass man nicht sagt so okay das und das ist verboten sondern vielleicht einfach auch mal über Risiken spricht oder so etc. und das jetzt nicht alles direkt verteufelt sondern wir wollen ja irgendwie junge Menschen dabei begleiten dass sie eigentlich selbstständig irgendwann ihre Entscheidung treffen können und irgendwie Risiken abwägen können und dann auf Grundlage dessen die Entscheidung treffen und dann naja vielleicht doch irgendwie ein Jährchen später beim FC in der Kurve stehen volljährig sind und sich zwei, drei Kölsch genehmigen oder von mir aus auch mehr aber dann wissen auch wo ihre Grenzen sind oder was das bedeutet wenn man das jetzt jeden Tag machen würde dass das dann vielleicht nicht so sinnig ist wobei es bei dem einen oder anderen Spielverlauf vielleicht auch Sinn macht oder so also in Hinsicht um irgendwie was zu verdrängen oder so aber auch das wäre vielleicht eine Gefahr also da will ich mich jetzt nicht zu weit aus dem Fenster lehnen Ja, genau da sagen wir lieber mal nichts zu was wir so in unserer Freizeit machen wenn der 1. FC Köln mal wieder seine wunderbaren Phasen hat Ja aber du hast ja auch schon gesagt ihr seid ja auch rund um den Spieltag präsent warst du oder ihr noch recht neu dabei bist warst du schon mal anwesend wenn mehr als 300 Fans im Rhein-Energie-Stadion waren also jetzt im Rahmen deiner Tätigkeit Ja, ja schon häufiger also auch vor meiner Tätigkeit aber auch schon während meiner Tätigkeit Ja Und wie muss seid ihr diejenigen mit dem Brot? Also Moment, jetzt habe ich, warte Achso, ob ich im Stadion war als 300 Fans anwesend waren Als mehr als 300 das Ding voll war, meine ich Ja, als voll war schon weil genau in der Zeit, wo nur 300 erlaubt waren waren wir auch nicht im Stadion Ah ja, okay ich meinte wirklich mit voller Belastung Ja, klar Quasi ein normales Spiel jetzt außerhalb des Jahres 2020 Ja Ihr seid ja die mit dem Roten Pavillon Hat ja bestimmt jeder schon mal gesehen der schon mal im Stadion war ist ja relativ auffällig und den Bierbänken und so Genau Da ist meine Frage wie viele besuchen euch da und was für Menschen sind was wollen die von euch? Was für Anliegen kommen da an euch heran? Also ich kann schon ganz klar sagen dass hauptsächlich die Szene zu uns kommt Also wir sind ja auch früh vor Stadionöffnung schon da und bieten quasi auch einen Anlaufpunkt am Stadion explizit für die Ultras an um einfach in Kontakt zu bleiben und Beziehungsarbeit zu leisten in gewisser Weise also um über Probleme mit Fußballbezug zu quatschen oder aber auch irgendwie lebensweltliche Probleme von Jugendlichen die, weiß ich nicht, ganz andere Sorgen und Nöte haben sei es Schule, Familie, Beruf, Gesetz, Freundin was weiß ich und die kommen immer an Spieltagen bei uns vorbei holen sich irgendwie natürlich auch ihren Kaffee ab oder ihre Snacks, die da stehen aber kommen mit uns in Kontakt man spricht vielleicht über das vergangene Spiel über das, was heute ansteht wo es vielleicht auch Probleme geben könnte so genau und das sind halt quasi mehr oder weniger alle oder so größtenteils die Leute, die unten auch in der Südkurve stehen die natürlich nicht alle explizit jetzt einzeln auf uns zukommen und irgendwie mir die Hand schütteln aber die mit im Kreis da rumstehen und mit denen man dann in Kontakt kommt und drumherum kommen dann auch immer mal wieder halt Leute die, sag ich mal sich so irgendwie für Fußball und Fanszene interessieren beim FC Köln aber noch nicht so den Zugang da gefunden haben oder das einfach alles ganz spannend und interessant finden und ganz klar was wir ja sonst auch machen ist natürlich Netzwerkarbeit also Leute irgendwie vom Verein schauen mal vorbei Fanbeauftragte etc. und da kommt man auch ins Gespräch oder Leute vom Mitgliederrat und von der Südkurve Gibt es da auch Leute, die zu euch kommen einfach nur um ich sag mal das, was man so landläufig Trollen nennt also einfach ein bisschen sich einen Spaß erlauben wollen? Ne also habe ich so nicht den Eindruck wäre jetzt natürlich die Frage wenn es irgendwie Jugendliche sind die ich jetzt noch nie gesehen habe dann ist das natürlich also so Trollen wirklich nicht ich verzeichne das dann eher so unter vielleicht jugendtypischem Verhalten irgendwie so dass man mal irgendwie rumblödelt oder doch mal irgendwie weiß ich nicht vielleicht eine Grenze austesten will oder sowas aber wirklich so Trollen oder Stress machen schon gar nicht auch nicht also auch keine Fans anderer Vereine so das ist glaube ich in dem Fankosmos relativ klar beziehungsweise so im Ultrakosmos auch relativ klar dass Fanprojekte sozialpädagogisch Fanprojekte sehr anerkannt sind und zum Beispiel auch nie angegangen werden oder sowas und man da auch kein Spökes verzapft selbst wenn irgendwie da war mal auch mal eine Familie die dann vorbeigekommen ist sich niederlassen wollte weil es irgendwie sonst keine Sitzmöglichkeiten gab die dann irgendwie vom anderen Verein waren wo wir dann auch höflich gesagt haben hey sorry das ist glaube ich einfach nicht euer Raum dafür wir sind alle irgendwie sehr gastfreundlich und es ist schön dass ihr hier seid und genießt das Spiel aber das hier ist halt irgendwie nicht eure Area und das wird dann aber auch so akzeptiert super das ist ja schon mal schön das ist ja schon mal schön dass es da keinen Stress zu geben scheint du hast ja gerade gesagt es kommen mal ein paar Leute zu euch vor allem Jugendliche die so einfach mal reden wollen also ich kenne das von meiner eigenen Arbeit da muss man ja schon erstmal eine gewisse Vertrauensbasis miteinander haben oder es sind auch Jungs die einfach nur sagen oder Mädels die einfach nur sagen sie möchten mal mit jemand ganz Fremden über ihre Themen reden oder kennt man sich dann doch über die über die Zeit hinweg ein bisschen besser bevor die sich öffnen Ja man kennt sich über die Zeit das ist ganz klar irgendwie Beziehungsarbeit das muss ein Vertrauen da sein klar zum Kennenlernen dann sind das aber relativ oberflächliche Gespräche dann geht es nicht um Probleme es geht eher so dass man mal mit beiseite genommen wird und gesagt wird ey ich habe hier und da ein Problem könnt ihr mich nicht vermitteln ihr seid ja irgendwie als Jugendsozialarbeiter irgendwie tätig ihr kennt irgendwie in der Stadt Netzwerke ihr kennt irgendwie Beratungsstellen oder sonst was dann macht man aber meistens irgendwie einen Termin aus und sagt so ja komm doch mal bei uns im Fanprojekt auf Kaffee, Tee sonst was vorbei und wir gucken mal über deine Bewerbung drüber oder was weiß ich oder es gibt natürlich auch rechtliche Nachfragen zu Stadionverbotsverfahren etc. wo wir auch in der SV-Kommission mit drin sitzen beratend tätig sind genau das ist natürlich dann an so einem Spieltag ist ja sehr offen da hat man meistens doch irgendwie andere Sorgen und Probleme aber ja manchmal teilt man sowas bei mir ist es jetzt ich bin relativ neu dabei ich kenne aber einige Leute auch so und ich glaube es baut sich noch so auf da hat man halt den Vorteil wenn wir auch also meine Kollegen sind schon deutlich länger dabei und eben hatte ich ja auch Michaela angesprochen die ist quasi auch so so eine Mutti für alle geworden ist auch ganz gut auf jeden Fall eine Frau dabei zu haben wo glaube ich Leute sich vielleicht nochmal ganz anders hinwenden oder öffnen die für alles und jeden tatsächlich ein Ohr hat und für jeden auch mal irgendwie einen Drücker da hat oder sowas auch ganz wichtig ist also das passiert dann schon aber sonst verlagert sich das eher dass man da quasi nochmal so einen Kontakt hat und dann sagt ja okay dann lass uns dann und da nochmal drüber sprechen oder gesondert hinsetzen das heißt ihr arbeitet auch das ist für mich gerade doppelt das heißt ihr arbeitet auch mit gewissen anderen Stellen außerhalb des FC Kosmos zusammen ja also sehr viel sogar also das ist auch ein großer Teil unserer Arbeit also wir sind a in der Stadt sehr gut vernetzt also sei es irgendwie so Bezirksjugendpflege andere Jugendeinrichtungen etc. dass wir tatsächlich auch mit denen zusammenarbeiten aber auch darüber hinaus also es gibt in der Fanprojektlandschaft selber halt so Bundesarbeitsgemeinschaften Landesarbeitsgemeinschaften wir sind mit anderen Fanprojekten verknüpft mit denen wir dann zum Beispiel auch über die Landesarbeitsgemeinschaft ein Sommercamp organisieren oder jetzt in Corona-Zeiten irgendwie ein Fanprojekt FIFA-Turnier organisiert haben dass irgendwie Leute aus Köln online gegen irgendwie Leute weiß ich nicht wo aus NAB spielen konnten auch über Fanprojekte also auch gegen andere Fans und so und das dann teilweise kommentiert oder auch im Livestream etc. ja wir sind wir sind ziemlich gut vernetzt würde ich sagen in der Stadt aber auch mit anderen Institutionen also eben hatte ich irgendwie Gedenkstätten angesprochen also mit einem NSDoc dass wir da mal eine Führung machen können mit Jugendlichen oder im Sport- und Olympiamuseum und sagen hey lass uns doch zusammen irgendwie eine Ausstellung machen oder wir würden gerne einen Film zeigen aber bei euch bietet sich das an und danach mit Museumsführung oder oder ich weiß ja dass wir auch ein paar sehr junge Hörerinnen und Hörer haben die vielleicht sogar in eure Zielgruppe reinfallen vom Alter her immer vorbeikommen genau gerade nicht also unter Ausschluss der Öffentlichkeit finden sie statt wie könnt ihr denn mit euch jetzt in Kontakt treten wenn er oder sie sagt ich hätte da vielleicht Bedarf über unsere Internetseite das sind alle unsere Kontaktdaten also einfach durchklingeln eine E-Mail schreiben so das ist quasi so ja das Altbackene wir sind aber auch auf sozialen Medien unterwegs sei es jetzt irgendwie auf Twitter oder Instagram da sind wir auch immer ansprechbar und ja wir sind naja jetzt durch Corona bedingt halt nicht mehr so geöffnet aber wir haben ja auch Räumlichkeiten die quasi so ein bisschen sind wie ein Jugendzentrum muss man jetzt sagen in Köln ist es recht schwierig so weil wir doch sehr innenstädtig unsere Räumlichkeiten haben das ist natürlich jetzt nicht das Umfeld wo viele Jugendliche drumherum wohnen oder irgendwie auch junge Erwachsene sich das leisten könnten da zu wohnen aber auch da haben wir natürlich irgendwie wir hätten da einen kickernde Dartscheibe etc und da kann man auch mal Abende verbringen oder wir können mal abends öffnen ist eher so dass das halt da durch die Lage oder dass Gruppen ja ihre eigenen Räumlichkeiten auch haben die auch was ich verstehen kann selbst als Sozialpädagoge teilweise irgendwie natürlich cooler zu besuchen sind als Jugendliche als irgendwie da mit dem Sozialpädagogen abhängen zu müssen aber genau wenn da Veranstaltungen sind sind wir natürlich ansprechbar und sonst werden die Räume von Gruppen genutzt die sich halt irgendwie auch treffen und austauschen wollen und das nicht in ihren eigenen Räumen machen möchten oder die nicht haben also auch von kleineren Fanclubs die sowas nicht besitzen oder so und dann sind wir natürlich auch jederzeit ansprechbar ich glaube wir können ruhig einmal die Webadresse hier sagen damit jeder direkt weiß wo er sich dran wenden muss das ist Kölner Fanprojekt Köln mit OE also koelnerfanprojekt.de alles ein Wort keine Bindestriche und da findet man auch die Links zu Twitter Instagram und der E-Mail also finde ich ein ganz tolles Angebot super dass ihr das macht und euch da engagiert wenn die Frage gestattet ist was hast du denn für ein Background damit du da in das Projekt reingekommen bist hast du sozialpädagogisch studiert oder wie ist da so dein dein Werdegang ähm mein Werdegang ist so wenn ich das also ich hab das jetzt dadurch dass ich erst so kurz dabei bin auch mal irgendwie so ein bisschen äh nochmal irgendwie Revue passieren lassen so vom inneren Auge ist tatsächlich so dass ich irgendwie abgezeichnet hab dass ich so in dem Arbeitsfeld lande also ich bin selber sehr äh fußballbegeistert und sogar eher ähm so fußballfankultur begeistert also sei es über Groundhopping-Tour mit Freunden ähm oder auch naja dass ich mich halt relativ häufig mit irgendwie Themen rund um den Fußball und Fankultur beschäftigt hab und Initiativen sei es irgendwie sowas wie fußballfans gegen Homophobie mich da engagiert habe oder auch ähm immer so ja fußballpolitische Veranstaltungen besucht hab also Lesungen etc und ähm ich selber hab Sozialwissenschaften studiert also nicht direkt in der Pädagogik tätig gewesen hab da aber meine Abschlussarbeit auch über quasi so Figurationsgeschehen im Fußball geschrieben und über Geschlechterrollen in Fankurven aber auch auf dem Platz etc ähm und hab nebenbei immer schon pädagogisch gearbeitet also viel im offenen Ganztag und auch so ähm so soziales Lernen also so Kurse wie ihr gewinnt äh mitbegleitet und Jugendfreizeitfahrten mitbegleitet und dann teilweise mal kurz so abgedriftet dann doch äh in Verbandsarbeit war ganz kurz für ein Praktikum beim Berliner Fußballverband hab dann gemerkt dass so die Verbandsebene nichts für mich ist sondern ich tatsächlich irgendwie diese pädagogische Arbeit sehr schätze und hab mich da halt weiter und fort gebildet und hab mich dann einfach auf diese Stelle beworben als sie tatsächlich frei geworden ist als Elternzeitvertretung zunächst und obwohl ich noch mit einem Fuß im Masterstudium hänge was halt auch stärker pädagogisch ausgerichtet ist also das so Empowerment Studies heißt das und das ist halt auch so soll halt Persönlichkeitsentwicklung äh und Demokratieförderung so ein bisschen sein und das passt halt irgendwie ziemlich gut jetzt so zusammen und ja dadurch dass ich in Köln wohne gewisse Sympathien für einen FC habe und äh hat das jetzt wunderbar gepasst und ich hab echt ein Team wo ich sehr zufrieden bin und ähm ja so viel kann man schon glaube ich mal spoilern irgendwie die Möglichkeit bestehen wird dass auch ich da länger tätig sein kann als diese Elternzeitvertretung jetzt Wenn ich jetzt gemein wäre würde ich sagen dass wir dann der Einzige bist der Empowerment Studies studiert und nachher einen festen Beruf hat aber ich bin natürlich nicht gemein ich bin ja heute ganz auf Frieden gebürstet ist die Zuleinigung zum 1. FC Köln Einstellungskriterium oder ist das mehr so ein nettes Bonusfeature obendrauf? Ist in der Arbeit kein Einstellungskriterium ist glaube ich ein netter Bonus obendrauf man sollte sich halt schon also das war auch im Bewerbungsgespräch irgendwie Thema man sollte sich schon irgendwie mit Fußball-Fankulturen auskennen und äh das möglichst natürlich auch beim FC und da gewisse Sympathien hängen ähm es wäre eher andersrum wahrscheinlich ein Ausschlusskriterium äh wenn man jetzt äh in der Fankurve von äh Gladbach stehen würde dann wäre das sicherlich nicht möglich aber ähm genau eine gewisse Sympathie für den FC kann nicht schaden ich glaube too much wäre auch äh viel am Platz also wenn ich jetzt quasi als Ultra im Fanprojekt tätig wäre dann hätte ich gewissermaßen vielleicht bei gewissen Dingen ein Interessenkonflikt der so nicht möglich wäre im Beruf ähm ist aber immer wieder so eine fachliche Diskussion die wir quasi auch im Fanprojekt äh internkreis führen ähm wie äh also ob quasi ehemalige irgendwie Leute aus Ultraszenen auch äh tätig werden können dem möchte man das natürlich auch nicht verbauen und die haben natürlich den Vorteil dass sie da einen sehr sehr guten Einblick haben in das was quasi los ist auch in Fanszenen genau wo du gerade sagst los ist in Fanszenen so sind wir ja auch ein bisschen in äh Kontakt äh Kontakt gekommen ihr habt ja den Sticker Wettbewerb ausgerufen gehabt und zwar zum Thema Antidiskriminierung ähm Zusammenhalt die Welt ist bunt so als als großes Oberthema und ihr habt ja auch ein eigenes ein eigenes Unterprojekt zum Thema Antidiskriminierung vielleicht kannst du da noch ein bisschen erzählen was was ihr so tut um eben gegen Diskriminierung und dergleichen vorzugehen ähm dazu muss man sagen dass in Köln die Arbeit äh ganz dankbar ist ähm weil wir eine Fanszene haben die sehr sehr äh lebendig und vielfältig ist und sich da auch klar positioniert äh also sei es irgendwie über Spruchbänder, Gesänge äh Solidaritätsbegründung etc. ähm sonst äh ist tatsächlich die eben erwähnte Stadionakademie die ähm macht ein Kollege ähm da geht es halt darum dass wir einen außerschulischen Lernort haben tatsächlich quasi ähm Schulklassen, Jugendgruppen äh zu uns kommen oder ins Stadion kommen in Räumlichkeiten und da Workshops mitmachen die sich dann zu äh gewissen Themen positionieren also viel zu Gewalt, Antidiskriminierungsarbeit und dadurch Workshops quasi und über den Fußball so ein bisschen lernen ähm was das denn bedeutet Ausgrenzung, Diskriminierung wie geht man damit um hat man sowas schon mal erlebt, erfahren wie kann man da klar Stellung beziehen also ich finde mit besonders mit jüngeren Jugendlichen kommt man da relativ schnell so von Hölzchen auf Stöckchen wenn man jetzt irgendwie darüber spricht naja was ist zum Beispiel im Fußballverlauf erlaubt wenn jemand jetzt irgendwie eine üble Grätsche macht da gibt es dann irgendwie Regeln gelbe Karte, rote Karte, Verwarnung äh eventuell sogar Strafen etc. wie sieht es denn in der Gesellschaft aus da haben wir ja auch Regeln wie verhält man sich es gibt aber auch Dinge die werden zum Beispiel ja auch beim Fußball nicht bestraft und in der Gesellschaft auch nicht die findet man trotzdem nicht gut etc. das sind so Sachen da kommt man ganz gut drüber rein in die Thematik andere Dinge sind natürlich was ich eben angesprochen hatte Lesungen, Vorträge und auch Filmabende also wir hatten jetzt das kann nicht im letzten Jahr gewesen sein ich bin mir gar nicht sicher wir haben The Workers Cup gezeigt also ein Film über Arbeitsbedingungen in Katar aktuell und auch das sensibilisiert natürlich für gewisse Themen dass Jugendliche echt da an dem Abend dann rausgegangen sind und wir am nächsten Tag geschrieben haben ey ich hab mir übrigens noch die WDR-Doku dazu angeguckt die du empfohlen hast und das ist ja krass ich wusste davon gar nicht ich hatte das noch nie gehört und noch nie auf dem Schirm und darüber sich natürlich selber das ist ja immer so das Ziel so selber ein Bild machen und selbst Position beziehen ohne dass ich jetzt vorgebe und sage das und das ist aber scheiße und das gehört sich nicht das macht man nicht weil ich glaube das wird Jugendlichen halt an ganz ganz vielen Stellen gesagt auch schon im Stadion es geht eher darum dass man halt sich selber irgendwie eine Meinung bildet und ja das da hat man recht viele Anknüpfungspunkte in der Fan-Projektarbeit ich finde die auch eine sehr gute Sache vielleicht müsstet ihr auch mal den Leuten von der FIFA diesen Film zeigen dann würden die vielleicht auch gewisse Entscheidungen nochmal überdenken oder dem FC Bayern München oder so ja das Problem ist ja dann ist die Persönlichkeitsentwicklung immer schon abgeschlossen deswegen habe ich mir ja so bis 27 also wenn ich jetzt böse wäre würde ich halt sagen das Hopfen und Malz verloren und da kommen dann noch andere Themen wahrscheinlich irgendwie Macht, Geld naja was vielleicht noch nicht den Einfluss hat bei jungen Erwachsenen wo man da noch sagen kann okay vielleicht kommt es nicht darauf an auf den eigenen Willen überall ja wobei ich glaube da ist die Persönlichkeitsentwicklung schon wieder rückläufig bei diesen älteren Jahren das glaube ich auch wenn sie mit Macht und Geld in Berührung kommen aber wo du es gerade sagst von wegen Macht und Geld und so ihr seid aber jetzt speziell nicht dafür da auch junge Fußballer ein bisschen zu begleiten wenn die irgendwie drohen abzudriften oder sowas also FC-Spieler jetzt ne also konkret FC-Spieler oder Jugendspieler nicht also wenn sie Fans sind oder so können sie sich auch jederzeit gerne bei uns melden aber ne wir haben jetzt explizit keinen Auftrag irgendwie mit Jugendmannschaften irgendwas zu tun zu haben wir haben nichtsdestotrotz haben wir natürlich ganz viele junge Fußballer die alle irgendwie auch selber Fußball spielen aber genau nicht in dem Bereich und alle davon träumen eines Tages den Geistbock auf der Brust zu haben hoffentlich der neue Marco Höger zu werden ja ja die Chancen sind gerade ja so gut wie nie dass die Jugend von unten nach oben Durchlässigkeit gegeben ist ja also ganz ganz spannend eure Einblicke ich hatte das alles gar nicht so richtig auf dem Schirm und hab immer nur gedacht ihr werdet euch quasi einfach nur um die Fans vor dem Stadion kümmern und gar nicht so ne so ne ganzheitliche Sicht auf eure Arbeit gehabt Marco hast du vielleicht noch ne Frage? ja ich hab noch ne Frage du hast ja vorhin gesagt ihr habt die die Geldgeber also kannst du uns einen kurzen Einblick geben wie sich euer Fanprojekt finanziert? ja das ist auch quasi also ist nicht nur unser Fanprojekt so sondern das ist halt so dadurch dass wir quasi einen politischen Auftrag haben also wie gesagt ich hatte eben das quasi Sozialgesetzbuch Kinderjugendhilfsgesetz angesprochen haben wir einen politischen Auftrag wir arbeiten aber auch da das ja verpflichten ist nach dem NKSS das ist sogenannte nationale Konzept Sicherheit und Sport ja da fällt man immer so in den Bereich Sicherheit direkt rein und präventive Maßnahmen aber das ist sehr weit gefasst mittlerweile beziehungsweise wir können das konzeptionell auch ganz gut nutzen und auslegen ist das gefasst dass wir von der DFL finanziert werden genau ab Liga 3 wäre es dann der DFB der zuständig wäre und haben so eine Drittelfinanzierung also es ist nicht nur die DFL sondern auch das Land NRW und dann die Stadt Köln genau dadurch dass wir quasi öffentliche Jugendsozialarbeit machen sind wir da in in mehr oder weniger öffentlicher Finanzierung und sind aber als Kölner Fanprojekt auch beim Träger untergebracht also wir sind bei den Jugendzentren Köln GGMBH untergebracht die ganz viele ich glaube aktuell 22 Jugendzentren in Köln betreut und unter anderem halt uns als Fanprojekt mit betreut das ist häufig sind Fanprojekte aber auch in eigen eigener Trägerschaft das heißt wir gucken dann einfach in der EV oder eine andere Rechtsform oder auch mit so zum Beispiel bei der AWO oder bei der Caritas weiß ich das gerade gar nicht aber die AWO betreut sowas zum Beispiel auch ich kann mich daran erinnern dass wenn der DFB irgendwelche Strafen gegenüber Vereinen ausspricht ist ganz oft die Rede davon dass ein Bruchteil dieser Strafzahlung in Fanprojekte fließt werdet ihr darüber auch finanziert also wenn die weiß ich nicht irgendwo in der Südkurve wird ein Begalo gezündet dann kriegt der SFC Köln eine Strafzahlung von weiß ich nicht irgendeiner Summe und dann wird immer gesagt Mensch so und so viel Prozent gehen dafür werden für sozialpolitische und karitative Zwecke eingesetzt seid ihr davon auch dann finanziert oder ist das ich sag mal das das klubeigene Fanprojekt kann ich dir so nicht beantworten ich hoffe dass wir nicht mit drüber finanziert sind weil dann würde ich vielleicht irgendwie Empfehlungen aussprechen die nicht so förderlich wären aber ne also die DFL ist da auch zumindest aktuell auch noch relativ zuverlässig als Geldgeber und der der Pott ist quasi da und ist immer dasselbe ich weiß jetzt nicht inwieweit quasi Vereine dadurch dass sie irgendwie über Lizenzen etc über Gelder die sie dann an die DFL geben das wieder an uns zurückkommt da habe ich keinen Überblick und bin da auch bei uns im Fanprojekt nicht so involviert ich bin immer froh wenn das Geld da ist und wir damit haushalten können woher genau also wie sich das genau dann zusammensetzt aus welchen Zahlungen kann ich dir nicht sagen ist mir aber nicht bisher noch nicht begegnet aber dadurch dass ich so ist eine gute Frage nehme ich mal mit auf jeden Fall auch ja wie gesagt sehr sehr spannende Einblicke in eure Arbeit gibt es denn aus deiner Sicht noch irgendeinen Bereich den wir noch gar nicht besprochen haben wo du sagst der muss aber auf jeden Fall noch hier Erwähnung finden jetzt muss ich mal selber ich habe mir selber nicht so viele Notizen gemacht und dachte ich lasse dass mir alles auf mich zukommt ansonsten gibt es jetzt von mir kein Thema was ich sage okay das muss unbedingt mit auf die Agenda drauf also es freut mich wenn ihr quasi oder wenn auch die Zuhörerinnen irgendwie unserer Arbeit folgen weil wir jetzt bestimmt auch in Zeiten irgendwie dass wir einiges digital anbieten doch das ein oder andere Projekt vielleicht noch planen wo man auch teilnehmen dran also dran teilnehmen kann was sich natürlich irgendwie vorrangig wieder an unser Hauptzielpublikum irgendwie bis 27 richtet aber auch wie ja auch bei dem Sticker Contest oder so ich bin immer der Auffassung auch wenn wir irgendwie Leute erreichen den Ticken älter sind die geben ja auch irgendwie leben ja auch etwas vor was wieder Jugendliche beeinflusst und wenn es jetzt irgendwie wenn die Sticker halt die sehr gelungen sind übrigens danke dafür nochmal bei uns ausliegen und das Jugendliche wieder mitnehmen dann hat das ja auch wiederum Einfluss auch wenn das jetzt nicht gerade vom 15-Jährigen gestaltet wurde oder so also genau aber ansonsten gibt es von meiner Seite jetzt nicht viel zu sagen aber wir sind auch immer offen für Rückfragen oder wenn irgendwer mal durchklingeln will mit uns quatschen möchte mehr wissen möchte ich würde noch gerne darauf hinweisen weil das so ein Herzensprojekt von mir ist so mittlerweile das hat ein Vorgänger von mir im Fanprojekt übernommen ich betreue aktuell und hoffe dass wir das in diesem Sommer wieder durchführen können auch die Tour des Gedenkens also wir fahren mit dem Fahrrad durch Köln und besuchen verschiedene Erinnerungsorte aus Zeiten des Nationalsozialismus und beginnen so in der Altstadt und enden auch am Stadion und berichten dann so ein bisschen über quasi jüdischen Fußball in Zeiten oder Vorzeiten des Nationalsozialismus beziehungsweise Sport im Nationalsozialismus und auch so ein bisschen ja wie das denn vielleicht beim FC nicht vielleicht also wie es beim FC aussah und was da vielleicht noch in Erinnerungsarbeit möglich wäre und ist eine spannende Tour und haben wir bis jetzt nur positive Rückmeldungen bekommen und es macht auf jeden Fall Spaß da dran teilzunehmen denke ich mal und da lernt man uns auch nochmal kennen und kann natürlich auch ganz andere Fragen stellen die mit dem Thema an sich der Tour nichts zu tun haben ja sehr sehr gutes sehr wichtiges Projekt würde ich sagen ich stelle bei meinen eigenen Schützlingen die ja auch alle so um die 15 sind auch fest dass so langsam so die Generation kommt die da nicht mehr viel mit zu tun hat mit dieser ganzen Geschichte von damals weil natürlich auch die Großeltern nicht mehr alt genug sind um das selber erlebt zu haben also jetzt beginnt langsam gerade die erste Generation derer die keine direkten Zeitzeugen mehr in ihrer Familie haben deswegen ist es glaube ich umso wichtiger dass man solche Aktionen macht um ja nochmal zu erinnern was damals gewesen ist und damit auch natürlich zu verhindern dass was noch einmal irgendwann passieren kann auch wenn es in dieser dieser Ungeheuerlichkeit wahrscheinlich nie wieder passieren würde aber man will ja trotzdem den Anfängen wehren insofern wirklich sehr gut und schön das nochmal erwähnt hast also finde ich ein sehr sehr wichtiges und gutes Projekt ja danke genau ja gut also vielen Dank dass du uns hier generell Rede und Antwort gestanden hast ich glaube das war für viele Hörerinnen und viele Hörer viele Neuigkeiten dabei was sie vorher nicht wussten und nicht am Schirm hatten deswegen hat es bestimmt einiges dazu beigetragen euch auch ein bisschen näher zu bringen bekannter zu machen ich gebe nochmal die Webadresse durch Kölner Fanprojekt mit OE koelnerfanprojekt.de keine Bindestriche und so weiter kommt auch alles in die Shownotes also ihr müsst gar nicht merken was ich hier sage einfach unten in die Shownotes klicken und da dann auf den Link klicken deswegen Podcasts auch nicht bei Spotify hören sondern bei anderen Podcast Anbietern wo es Shownotes gibt ja also Henrik vielen vielen lieben Dank für deine Zeit heute an diesem Dienstag im Lockdown schön dass du da warst vielen Dank gerne danke und Marco schön dass du auch wieder mein treuer Begleiter und Quarantäne-Buddy hier war es so machen wir es wir sind auch nächste Woche wieder eine gemeinsame Quarantäne-Einheit mit einem anderen Gast dann mal schauen die wir da aus dem Hut zaubern werden wir haben ja hier so eine Abstellkammer wo alle Leute drin warten müssen die mal Gäste bei uns waren ist das eigentlich Corona-konform diese Abstellkammer oder müssen wir da auch mal ran da ist ja eine Luftschleuse haben wir da ja eingebaut da darf ja auch immer nur einer rein also der Henrik hat jetzt die Schleuse ja verlassen jetzt können wir für nächste Woche schon mal einen reinschleusen hast du dran gedacht die zu füttern ja ich schmeiß da immer ein bisschen was rein Puh Schweingart große Erleichterung ich hab schon gesagt wir hätten es schon wieder vergessen Mensch nein 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 der arme Raik musste da mal fünf Tage drin ausharren oder essen Mensch nee nee ich glaube die werden ganz gut versorgt okay gut dann glaube ich haben wir die heutige Folge rund gemacht erst den Spieltag dann das Fanprojekt ich danke nochmal ausdrücklich allen unseren beiden Gästen wir verabschieden uns Marco du bist der Ruhrpott-Henners ich bin KY Lennep und wir beiden sind trotzdem hier